Almost Daily jetzt mit einer fantastischen Besetzung. Ihr werdet es nicht erraten, wer hier noch sitzt. Yeah, yeah, yeah. Was geht ab? Almost Daily. Ja, Mann. Ich bin richtig heiß. Ich brenne. Du bist generell ein heißer Boy. Oh, dankeschön. Du war auch. Ist das vielleicht auch aus wie so... Ich mag diesen Style. Ich hab das auch manchmal so ein schwarzes T-Shirt einfach nur. Das ist so ein bisschen Understatement, aber auch irgendwie ist... Es drückt so ein bisschen aus. Ich brauch nicht mehr. Ich brauch keine Logos. Ich brauch keine fancy Figuren irgendwas, sondern einfach nur plain black T. Das geht ab. Da haben wir alle schon heute gerade, ne? Außer deine Kappe. Aber das... Ich möchte nur sagen, ich mach das ja OG schon immer. Ja, das stimmt. Ich will aber auch nicht sagen, dass ich deswegen cooler bin, weil ich bin da... Ich steh da drüber. Du musst die wenigen Sachen auch anwenden, die du hast. Ich hab schon immer billigen, einfarbigen Scheiß gekauft, bevor ihr damit angefangen habt. Aber da darf ich kurz mal eine Sache loben. Immer. Wir kriegen kein Geld von denen. Aber ich kauf halt nur noch fast bei Uniqlo. Diese Dinger, es ist so geil. Wenn ihr auch eins hättet, es würde euch voll gut stehen. Weil es ist ganz dünn. Es ist wie nackt sein. Aber es schmiegt sich an den Körper. Und es hat so einen komischen Hitzestoff, der wirklich die Hitze drin hält. Also es ist... Im Sommer ist es gut, im Winter ist es gut. Es ist abgefahren. Uniqlo. Meldet euch bei mir. Nein. Kann ich echt empfehlen. Ich finde das schön, wenn man was gefunden hat. Ist eine japanische Marke. Ach so. Du meinst wegen Klo, ne? Ja. Die sollten auch Klos haben, finde ich. Weil es ist eine japanische Firma. Warum nicht? Ja, ja. Es gibt so ein Umrüstset für die Klos zum Beispiel. Wäre nicht schlecht. Ich hab ja, als ich auf meinem Trip in Japan war vor ein paar Jahren mit Kino Plus, da kam ich ja zurück und hab ja erzählt von den geilen Toiletten da. Wir nennen das immer den Kimmenkärcher. Und da hab ich ganz viele Leute mit zugeschickt, die Umbausets für deutsche Toiletten. Aber es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht dasselbe. Es ist nicht wie diese wirklich massiv installierten japanischen Toiletten mit Eingabebereich und die Bip, 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 bip. Genau. Und dann haben die verschiedene Strahlen. Wir haben auch so kleine Kameras teilweise verbaut, die dann genau analysieren, wo die Verschmutzung ist. Und dann wird punktgenau gereinigt. Puh, das ist nicht richtig. Ich weiß es nicht. Es könnte natürlich sein. Es sind noch keine Kameras. Kimmenkameras. Ja. Aber sie werden immer, also die Bilder werden natürlich nur von Maschinen gesehen, die mir leidtun. Aber denen ist das egal. Aber wir wissen doch alle, dass es dazu auch eine App gibt. Ohne Scheiß. Das ist eigentlich, aber dann will ich das auch. Dann will ich da drauf sitzen und selbst schießen. So ein Scan und dann siehst du rote oder weißt du, kannst du farblichen. Schiffe fest. Bam, 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 bam. Das ist echt scheißen Gamification-Potenzial hat. Wie sieht denn so eine Messe aus für solche Klos? Also ich meine, keiner wird da hingehen und immer einen Hotdog in der einen Hand und die ganze Zeit nur. Das gibt bestimmt die Sani-Fair-Messe oder irgendwie sowas. Ja, aber wie testest du diese Toiletten? Guckst du dir die nur an, stehen die dann drum rum? Und ja, könntest du es mal demonstrieren, wie die Spritzer da spratzen? Das ist ja nicht dasselbe, wie wenn du drauf sitzt. Vielleicht gibt es so Puppen, so Tests. Ja, Tests, die werden dann immer so, und die haben richtig gar keinen Bock drauf, weil man schmiert denen dann so was hinten dran. Nutella. Zum Beispiel. Und das ist ihr einziger Daseinsdreck. Die werden immer mit Nutella hinten angeschmiert, dann setzen sie sich hin, dann werden sie wieder gesäubert. Und die sind ja aus so einem komischen braunen Kunststoff. Und ihr wisst ja, wenn man den zu sehr strapaziert, dann wird die Farbe irgendwann blättert so ab. Das heißt, der hat hinten schon am Popo, das ist schon alles komplett so weg. Weggespratzt. Oh Mann, und der muss wirklich ein sehr, sehr hartes Leben haben. Ja, das ist interessant. Ich finde eh interessant, dass sich das in Deutschland noch nicht in irgendeiner Form durchgesetzt hat. Der Deutsche möchte sich, was das Klo angeht, da hat er gesagt, so. Wir sind Barbaren einfach. Nee, aber der hat einfach gesagt, hier ist so Entwicklungsstand. Ja. So, mehr brauchen wir nicht. Da müssen wir nicht weiter forschen. Wir können hier forschen, wir können hier forschen. Aber im Klo, da ist, auch obwohl andere Länder sagen, guck mal, was wir rausgefunden haben. Nee, wollen wir nicht. Ja, ich meine, es gibt auch Länder, da hast du nur ein Loch, ne? Also, das ist ... Ja, aber das soll sehr viel besser sein. Also, das soll die natürlichere Form sein. Das unterstützt wohl die Darm-Geschichte. Es ist aber trotzdem, sorry, aber dann kacke ich lieber quasi schlechter, wenn ich dabei sitzen kann. Ja, aber du kannst dich ja ... Also, sagen wir mal ehrlich, 90 Prozent der Zeit, die man auf dem Klo verbringt, ist es nicht der Vorgang des Loswerdens, des Materials, welches der Körper von sich gibt. Aber die meiste Zeit hängt man da rum und denkt nach und spielt am Handy rum. Aber wenn du nur für diese kurzen 20 Sekunden dein Körper so Taschenmesser-mäßig einklappst, also quasi mit der ... dass deine Nippel vorne die Kniescheiben berühren, so ungefähr, dann hast du den gleichen Effekt wie diese Löcher und kannst du für den Rest der Zeit ... Ich würde allerdings nicht so ganz zustimmen, aber ich werde das nämlich auch oft beschuldigt, dass ich so lange auf dem Klo sitze, weil ich am Handy bin. Und weil du einen Fleck an deiner Stirn hast, den du hast, weil du auf dem Klo eingeschlafen bist. Das ist vielleicht so. Sollte man auch noch erwähnen. Nicht eingeschlafen, abgestützt und ausgeruht. Aber ich möchte sagen, dass ... Ich hätte aber auch nie gedacht, dass das nie wieder weggeht. Ja, das ist auch krass. Das ist so eine schöne Geschichte. Unfassbar. Das ist eine super Geschichte. Was ist das für ein Fleck, der einfach nie wieder weggeht? Na gut, egal. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich werde da immer verdächtig. Die Wahrheit ist aber eher umgekehrt. Das ist einfach ... ist ja wie so ein Uhrwerk. Und das ist bei mir ein langsames Uhrwerk. Das musst du erst aus dem obersten Regal hier rüber, jetzt da runter, dann am Laufband runter, dann hier. Nee, nee, das ist zu groß. Das ist so ein ganzer Apparat, der arbeitet. Und in der Zeit, in der der arbeitet, vertreibe ich mir die Zeit mit dem Handy. Du gehst zu früh aufs Klo, das ist ganz klar. Nee, das ist ... Natürlich, du musst erst ... Sorry, du musst doch mal so ein Körpergefühl entwickeln. Bei dir habe ich das Gefühl, du gehst nicht, wenn du musst, sondern du gehst so, wenn du mal Bock drauf hast. Und dann musst du erst mal alles ... Oh, dann oben dein ganzen Männchen in dir ... Oh, scheiße. Ja, doch, oh, scheiße, passt. Er sitzt schon wieder ... Wir sind noch nicht so weit, so ... Oh, was ist jetzt? Und dann müssen sie sich richtig beeilen. Schieb hier, schieb da. Wie jetzt schon, er ist schon da. Wenn du halt aber einfach wirklich wartest, bis alles schon so breit ist, und dann ... das ist so wie ... Mitternachtsverkauf. Nein, 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 aber das ist ... Erst mal die Schlange, und dann machst du die Tür auf. So funktioniert meine Verdauung. Das ist anders. Das ist erstaunlich. Ja, weil bei mir ist es auch manchmal so, dass einer so rausguckt, und dann klettert der raus, und dann macht der aber in der Sicht so einen Frühstarter einfach. Ja, aber das ist ja genau das Problem. Ich verstehe, die anderen sind so, ey, der ist ... Und die anderen, er heißt Johnny wieder voll, so ein, wie heißt der hier, bei Leroy Jenkins. Leroy Jenkins. Leroy Jenkins. Leroy Jenkins. Und der geht einfach schon mal raus, die anderen, oh mein Gott. Ja, aber du musst ... Also, meine Empfehlung an dich, wirklich, lass die Türen zu, warte, bis sich eine Schlange gebildet hat, dann machst du einmal den Laden auf, dann lässt du ihn zehn Minuten offen. Glaub mir, ich hab viel, natürlich auch viel Erfahrung, was das angeht. Du meinst, du hast mehr Erfahrung als Simon oder ich? Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Also, wir haben, glaub ich, ähnliche Abläufe. Ich würde einfach ... Ich glaube einfach nicht, dass bei allen es hundertprozentig gleich abläuft. Weil es ist ja nicht so, dass ich mich nicht auch schon mit dem Thema auseinandergesetzt hätte. Ja, aber es gibt auch Themen, mit denen du dich auseinandergesetzt hast, in denen du trotzdem falsch liegst. Wo denn? Liebe? Es ist vielleicht einfacher, die anderen Sachen aufzuzählen. Okay, cool, Almost Daily, nice. Ey, ich hab noch eine, um das Thema vielleicht abzuschließen. Ja, bitte. Zwei Sachen. Erstens haben die Japaner ja diese geilen Toiletten, weil die halt so eng aufeinander sind. Es ist ja so gewachsen, weil die haben ... Die brauchen den Service, weil die sind so eng aufeinander und alles. Und die haben ja auch dieses komische Ding. Ich hab das noch gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich war lange nicht mehr da. Aber die haben ja eine Angebote, es gab so viel zu spülen. Das hab ich, glaub ich, schon mal erzählt. Dass die irgendwann einen Knopf bekommen haben, der so ein Spülgeräusch macht, weil das natürlich Wasserverschwendung ist. Also, die wollten halt ihre Notdurft übertönen. Okay. Und die sind halt alle so polite und hängen so aufeinander. Und dadurch haben die eben diese gewisse, glaub ich, so eine gewisse Faszination entwickelt für all das. Die haben ja auch diese Pillen, wo der Kot von den Tieren nicht mehr stinkt und so. An sich geniale Sachen, die wahrscheinlich die Lebenszeit des Tieres reduzieren. Aber ist okay, weil du gehst niemandem mehr auf den Sack. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Gedankexperiment. Du gehst in so ein Cleansing, machst du irgendwie einen Monat lang Ayurveda-Kur, bist komplett innen und außen rein, hast aber auch gefastet und nichts gegessen. Dann kaufst du eine von diesen ein Liter Nutella-Gläsern, die ich letzt gesehen hab, die pervers sind. Und dann isst du das ganze Glas und nichts anderes. Und dann? Der Nils kann mir wahrscheinlich folgen. Naja, ich befürchte, ich weiß, worauf es denn ausläuft. Ja, ich würde, was würde dann, also was würde passieren? Was würdest du rausscheißen? Ja, ich wollte es jetzt halt nicht so ausdrücken. Warum nicht? Naja, ich würde einfach gerne sehen, würde dann auch normale Nutella am Ende wieder rauskommen. Könntest du das quasi nochmal an Fans? Nochmal aufpassen. Vielleicht eine Idee für Only-Fans, Influencer oder so. Die sind ja immer auf Ideen. Badewasser ist mittlerweile nicht mehr cool. Fürze wurden schon verkauft. Vielleicht einmal nach einem Cleansing so ein Kilo. Ich hab mich das gefragt und dachte, das ist eine nette Idee, um das Thema abzuschließen. Wie so ein Käse. Passt immer. Schließt den Magen. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, aber habt ihr ne... Ich wüsste gerne mal, habt ihr das mal gehört, dass wenn man, dass man im Stehen essen soll, damit das Essen besser, also dass im Sitzen Essen nicht so gut ist wie im Stehen? Klingt logisch. Kann das jemand bestätigen? Oder hab ich mit... Ich esse nie im Stehen. Nee, nie eigentlich, außer wenn du irgendwie an der Imbissbude bist. Wenn das besser durchflutscht oder was? Ja. Aber wenn man sich einfach gerade hinsetzt, na gut, wo beginnt denn, aber das geht ja nicht direkt... Eigentlich geht's ja nur bis hier, ne? In den Magen und dann, ja, da wäre so, mhm. Aber stört euch das nicht, dass ihr einfach so eine Verwertungsfabrik seid, dass ihr völlig allem so, du musst den Shit fressen und dann musst du diesen ganzen Vorgängen lauschen und den ganzen Problemen leben, so Gas oder so, die sich bilden und dann muss das wieder loswerden und dann geht der ganze Scheiß wieder von vorne los und ist doch irgendwie voll anstrengend. Es ist auch unnötig, ne? Also, ähm, es gibt ja immer so Ideen, aber wieder, ich hab ja neulich schon mal dieses Buch zitiert, die Möglichkeit einer Insel. Da gibt, da hat ja dieser weitentwickelte Mensch, die sind in der Lage, Photosynthese zu betreiben. Und das find ich eigentlich auch nur konsequent, weil wenn man sich vorstellt, okay, das Leben, ist entstanden und du brauchst ja, das ist ja, also, der Mensch ist eine Denkfabrik und alle anderen sind halt Fressfabriken oder was auch immer. Aber um das aufrechtzuerhalten, musst du ständig Nahrung nachschieben und die Nahrung ist ja nichts anderes als ein Energieträger. Und dann gibt es Nahrung, die hat einen sehr hohen Energie, ähm, Energiepotenzial und dann musst du vielleicht nicht so viel davon essen und dann gibt es für sich so Pflanzen, wo diese Pflanzenfresser die ganzen Tag nur am Fressen sind, weil das so wenig Energie dieser Maschine zuführt. Aber letztendlich ist das ja seit Millionen Jahren gleich. Und das ist ja, irgendwann hat die Natur sich entschieden, okay, was ist jetzt die Möglichkeit? Wir überziehen den Planeten mit Leben und das eine Leben frisst aber das andere als Energieträger auf, um am Leben zu bleiben. Ist ja völlig unnötig eigentlich. Man müsste wirklich an den Punkt kommen, dass man eine andere Form der Energiezuführung findet, dass man halt einfach nicht mehr essen muss, weil das ist ja total archaisch eigentlich, dass man esst. Du stoppst die Energie damit, die Fabrik läuft. Aber ist es nur Energie? Sind es nicht auch irgendwelche Nährstoffe, die wir brauchen? Klar, aber jetzt mal runtergefasst auf eine Sache, sag ich mal, kannst du halt Energie... Ich frage nur, weil wenn es nur Energie wäre, weil den Energiepart könnte man ja vielleicht ersetzen, aber vielleicht fehlen noch andere Sachen, die es halt so schwer machen. Weil sonst könnte man ja wirklich überlegen, warum macht man nicht so, weiß ich, so Sonnen, wie heißt das, Solarzellen auf den Kopf und von denen kriegst du die Energie? Ja, aber... Ja, wenn es so ist, du bräuchst es quasi... Du musst halt speichern. Du brauchst halt quasi eine Kappe, die gleichzeitig aus der Energie diese Nährstoffe erzeugt, die wir halt brauchen, was ja die Verdauung da macht. Aber wie wäre es, Solarkappe plus irgendeine Pille mit den wichtigsten Nährstoffen? So Nanobots oder so. Ja, und wie viel von seinen Innereien würde man nicht mehr benötigen, wenn man eine alternative Form der Energiezufuhr hätte. Also Magen, Darm, der ganze Magen-Darm-Trakt, das ist doch schon auch eine Menge, was man mit sich rumschleppt. Und ganz viel davon ist ja auch nur da, um sozusagen von innen zu reinigen und auszusortieren und das ist gut, das geht wieder raus. So der ganze Kram würde ja quasi wegfallen. Also so Nieren und so meinst du? Ja, Nieren, Leber und so weiter, das ist ja alles nur dafür da, um mehr oder weniger den Shit zu filtern, oder? Ja, also jetzt sind Nieren nicht so Blutwäsche-Organe, die dann auch so das reinigen und so. Ja, aber man meint ja, man könnte ja auch noch andere Dinge vielleicht im Körper gelangen, die man rauswaschen will, weiß ich nicht. Würde ich jetzt für den Moment kurz so die Nieren vielleicht eine von zwei würde ich behalten und Leber ist vielleicht auch nicht wichtig, weil man will das Leben auch feiern. Was macht die Milz? Niemand weiß es. Ich hab auch keine Ahnung. Kein Milz ist nicht dasselbe wie die Leber, so ein bisschen so Giftstoffe kramen? Ist die Milz nicht sogar was, dass man theoretisch, es gibt doch so ein Organ, was man, na der Blinddarm, aber die Milz kann man die nicht auch weg und es geht genauso weiter? Weiß nicht, ob das wirklich, oder ich glaub, vielleicht kann man die ersetzen, vielleicht gibt's eine künstliche Milz und deswegen geht das, aber ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch ein Organ gibt neben dem Blinddarm, dass man einfach entfernen kann. Milz-Bohmhoff. Ja. Ja, gut. Ja, bin ich frei. Ja. Ey, aber wirklich, ich glaub, dass wir in tausend Jahren, einfach nur, weil das ist so lange absurd, in der Zukunft, dass wir dann nicht mehr essen oder irgendwie noch gebären oder so. Das kann ich mir irgendwie nicht mehr vorstellen, weil ich glaube, dass wir dann so entwickelt sind, wir ekeln uns, so wie du gerade beschrieben hast, auch so ein bisschen vor den Vorgängen. Das mussten wir alles abstreifen. Tausend Jahre, sag ich, dann ist es vorbei. Ja, wir müssen einfach den Mut aufbringen zur Veränderung und so Change. Reicht das schon aus? Ja, für mich reicht das. Change. Hat für andere auch schon gehört. Da kann auch jeder was zur Veränderung. Wie würde es im Englischen sagen? Change you can believe in. Courage. Change you can believe in. Nee, es ist ja so Courage for change. Nee. Ist ja auch scheißegal. Nee, du musst ja eigentlich nur deinen Kindern beibringen, dass sie ihren Kindern beibringen, dass sie sich alle immer verändern sollen und dann wird es schon irgendwo hinwachsen. Wie eine Klette. Also, nee, nicht Klette, doch. Diese Dinger, die so wachsen. Wie heißt das denn? Die Kletten, die wachsen. Eine Ranke. Eine Ranke, genau. Heißen die nicht Kletten auch? Aber ihr wisst, was ich meine. Eine Ranke sieht ja voll geil aus. Ich finde es immer mega geil, wenn du siehst, wie das im Zeitraffer immer so. Die haben auch keine Ahnung. Die haben keine Ahnung. So ein bisschen wie wir im All. So, okay. Und dann finden sie was und dann krallen sie sich am Mond fest und von da aus dann weiter. So ähnlich. Aber das ist doch eh strange. Würdet ihr sagen, dass Pflanzen Lebewesen sind? Ja. Ja, klar. Also, total. Sie können ja auch aufhören zu leben. Anderes leben. Ja, aber ist das nicht irgendwie ein bisschen merkwürdig? Also, ein Baum. Ja. Ein Baum lebt. Ein Baum lebt, ja. Alles, was sterben kann, muss ja zuvor gelebt haben. Ja, aber stirbt ein Baum wirklich? Diskutiert doch nicht. Ich meine, ich weiß, was du meinst. Du Streichholzschachteln, äh, da ist der Baum ja immer noch enthalten, so, aber du könntest ihn nicht, er lebt ja nicht mehr. Nein. Du könntest dir aus Nils Gebeinen auch Streichholzer machen. Nee, meine Frage zählt eher daher, dass, also, so, es geht um die Bewusstseinsebene und wenn wir sagen, dass das auch Lebewesen sind, wer sagt, also, woher wissen wir, dass die nicht eine Bewusstseinsebene haben? Ja, das, weil sie kein, kein Nervensystem haben oder keinen zentralen Knotenpunkt, wo Bewusstsein entsteht. Aber unsere Seele ist ja auch so ein, oder die Liebe, da sagt man ja auch, ja, klar, kann man sagen, es sind chemische Stoffe, aber man sagt ja auch, das ist so dieses, ne, äh, wie bei diesem Film hier mit Matthew McConaughey, wie heißt der, Interstellar? Ja, genau. Wo die Liebe sozusagen, die einzige Verbindung ist, so, egal, auf jeden Fall, denke ich mir halt, was, vielleicht wissen wir noch nicht alles über, über Pflanzen, vielleicht wissen die, vielleicht sind das die Zeitzeugen der Welt. Sind's ja auch, ne? Weil du kannst ja durchaus auch so zum Beispiel, wenn du so ein Baum, äh, diese Jahresringe und so weiter, da kann man glaube ich schon auch, äh, ablesen, vielleicht, keine Ahnung, wenn's da mal irgendwie einen Volkranusbruch gegeben hat oder irgendwas, keine Ahnung, ein bisschen Asche oder so, da kann man irgendwie schon auch ... Aber Berge sind keine Lebewesen. Ey, das ist ne, wahrscheinlich nicht, würd ich sagen, aber das kann ja auch sein, dass sich irgendwann da noch mal was ändert und wir plötzlich raffen, dass da auch irgendeine Art von Existenz stattfindet. Aber ich, ich würd sagen, nein. Ich würd denen, ich würd denen keine Wahl, kein Wahlrecht geben zum Beispiel. Es gibt ne, äh, klare Definition auch für Leben. Also kannst du ja gerne mal googeln. Ähm, es gibt, glaub ich, schon so, so ein paar Voraussetzungen, ab wann du etwas auswählst. Das können wir das GPT-Fragen. Es gab's in dieser Data, äh, in dieser, ähm, Data-Folge von Star Trek, ne? Da ging's darum, dass Data nicht als Leben anerkannt wurde. Also sie wollten ihm befehlen, etwas zu machen, weil er ja nur ein Objekt ist. Und dann haben sie diese Verhandlung geführt, ne? Da, da haben sie genau das so ein bisschen versucht auch. Ja, da war PK sein Anwalt, glaub ich. Genau, und es ging auch um so was wie Fortpflanzung, was er ja gemacht hat sogar. Also ich mein, Data hat sich ja, er hat ja ein anderes Wesen erschaffen dann. Das ist ja quasi das. Genau. Also es ist interessant, was ist die biologische Definition von Leben? Aber guck mal, ein Stein. Ich weiß, ich, ich, ich bin jetzt mal des Teufels Advokat für die Steine, weil niemand redet über die Steine. Es gibt niemanden, der sich einsetzt für Steine. Die werden einfach von uns, einfach so, ne, als wären sie da und als Besitz anerkannt. Aber, Steine pflanzen sich ja im Grunde auch fort. So ein Gebirge pflanzt kleinere Berge oder, ne, Kies, Kies am Meer wird irgendwann zu einem Sand, Strand, also die pflanzen sich ja fort. Aber. Und verlieren sich dabei und sterben im Grunde. Das Gebirge ist irgendwann weg und der Sandstrand sind ja die Kinder. Guck mal, es gibt sogar Nierensteine, das heißt, wir können Oh fuck. Steine in uns herstellen. Steine sind eine biologische herstellbare, ich lese es mal kurz vor. Ich frage mich aber gerade, ob Steine sind wirklich, was da gebildet ist. Pass auf hier, was ist die biologische Definition von Leben? Es beschreibt allgemein die Selbsterschaffung und Selbsterhaltung eines Systems. Demnach sind lebende Organismen autopoetische Systeme, also Netzwerke von Prozessen, die in abgegrenzten Einheiten aktiv sind und die in der Lage sind, mehr von sich selbst zu produzieren und sich selbst zu erhalten. Dann gibt es noch die sieben Merkmale des Lebens. Erstens Organisation. Lebewesen sind hoch organisiert, was bedeutet, dass die spezialisierte aufeinander abgestimmte Teile enthalten. Stoffwechsel, Homöostase, Selbstregulation, Wachstum, Fortpflanzung, Reizbarkeit und Evolution. Okay, das haben Steine nicht. Das ist halt, aber Bäume zum Beispiel haben doch keine Organisation. Die haben ja auch Kreisläufe in ihrem Inneren, wo das ganze Ektoplasma, der ganze Shit hoch transportiert wird bis in die Blätter und so. Die haben einen Lebenszyklus. Doch, oder? Würde ich sagen. Die reagieren auf Einflüsse ihrer Umgebung. Aber Fortpflanzung haben sie nicht. Das ist die Frage. Ein Eichelbaum hat doch Eicheln. Wie kann ich denn einen Baum fortpflanzen? Durch seine Samen, die die Vögel dann verteilen. Halt, als Beispiel. Jetzt, Nils, guck ihn doch nicht so an. Moment, das ist ja dann der Vogel, der den Baum fortpflanzt. Hä? Ja, oder? Er braucht, also er braucht. Es stimmt schon, ne? Ja, dann Punkt. Ja, also. Oder das Eichhörnchen, was es vergräbt. Also bei Blumen zum Beispiel, ja klar, da gibt's auch natürlich so die Bienen und so, die die Pollen dann rumschleppen und verteilen. Aber das ist ja in der Evolution eingepreist. Das ist ja deren Strategie. Und du kannst ja nicht einer Lebensform zum Vorwurf machen, dass die aufgrund der Umgebung, in der sie sich befindet, eine Strategie entwickelt zur Fortpflanzung, die dann andere wiederum vielleicht als notwendiges Element beinhalten. Aber es funktioniert ja. Und das ist ja der eigentlich entscheidende Punkt. Es ist grenzwertig, finde ich. Naja, ich finde das fantastisch, weil wenn du dem anguckst, die Pflanzen, ähm, teilweise gibt es ja so Früchte und so, die sind ja lecker und schmackhaft. Aus dem einzigen Grund, weil andere Lebewesen, die dann fressen und sie dann, weiß ich, durch ihren, ähm, Verdauungsapparat geführt werden und am Ende in irgendeiner Form ausgekackt werden, wo sie dann, ähm, als frische Pflanze wieder herausschlüpfen können. Ist das nicht brillant? Und da steckt ja, und das ist ja der Grund, weshalb ich auch jeden verstehen kann, der irgendwie so an göttliches Design denkt oder so, wenn man sich die Natur mal anguckt. Weil ich finde das so faszinierend, dass so ein bewusstseinsbefreites Lebewesen wie eine Pflanze diese unfassbar leckeren Früchte herstellt mit dem einzigen Zweck, dass jemand anderes die frisst, damit ihre Fortpflanzung funktioniert. Ist das nicht brillant? Ja, es ist dieses, wie so ein orchestriertes Zusammenspiel der Natur. Und ich finde das sehr interessant, weil wir reden ja oft, letztes Mal über Aliens und, äh, Lebewesen und so weiter. Und dann muss man ja überlegen, wenn wir darüber reden, dass es eventuell Leben auf anderen Planeten oder im Universum gibt, wenn die so menschenähnlich sein sollten wie wir, dann müssten die ja im Prinzip die gleichen Evolutionsstufen vermutlich durchgemacht haben. Und wenn man sich mal anguckt, wo der Mensch evolutionstechnisch herkommt, wie viele unfassbare Zufälle da aufeinandergekommen sind, von der richtigen Außentemperatur, Innentemperatur, Zusammenspiel, von was auch immer, alles muss ja passen, damit sich diese eine Zelle so entwickelt und so entwickelt und so entwickelt und am Ende wir rauskommen. Und, also, selbst wenn man ein Planet findet, wo Wasser ist oder wo Fische sind oder was auch immer, es muss ja noch so viel mehr zusammenkommen. Intelligentes Leben, meinst du auch? Ja, gut, es können ja... Leben ist, glaube ich, fast, das passiert fast immer, würde ich sagen, wo so ein, zwei Sachen... Aber ich würde jetzt eher mal sagen, menschenähnliches Leben. Weil unsere Vision von Aliens ist ja immer, die haben einen Kopf, die haben zwei Augen, die haben zwei Beine, vielleicht ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, whatever, aber es ist immer so dieses leicht humanoide Gedankenbild. Aber da müssen ja unfassbar viele Zufallsprozesse aufeinander werden. Also, es gibt natürlich so ein paar Sachen, die, so wie der Weg des geringsten Widerstands oder so, ne? Also, so ein paar Sachen, die funktionieren und die funktionieren dann in allen Entwürfen. Also, so was wie Gliedmaßen ergeben ja Sinn, ne? Also, ja, also, es funktioniert ja, um die Umwelt um dich herum zu verändern, um sie so zu gestalten, wie du es irgendwie brauchst und so weiter. Deswegen, da gibt's, glaube ich, so ein paar Designs, die würden in unterschiedlichen voneinander abgeschotteten Versuchskammern vielleicht zu ähnlichen Ergebnissen kommen, weil sie eben nachweislich funktionieren, sofern die Umweltbedingungen in irgendeiner Form vergleichbar sind. Aber ich würde es eher so sehen, dass wenn, nehmen wir mal an, es gibt wirklich Aliens, die dann so aussehen würden wie Menschen, dann wäre für mich die Frage, okay, ist das jetzt wirklich durch einen zufälligen Prozess ans selbe Ergebnis gelangt, weil's in irgendeiner Form sich als sinnvoll erwiesen hat? Oder ist das eher der Beweis, dass das Leben vielleicht aus einem größeren Gedanken heraus entstanden ist, dass nämlich das in irgendeiner Form gesteuert ist oder ein Bewusstsein vielleicht dahinter steckt und dann, und das ist das Interessante, ich bin eigentlich überhaupt kein gläubiger Typ, aber wenn man sich so diese astrophilosophischen Fragen irgendwie mal so stellt, wenn man auf dem Klo sitzt, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man das ja gar nicht mehr ausschließen kann, ob's einen Gott wirklich gibt, so als, sag ich mal, als Entität, die so irgendwie all das erschaffen hat oder so die wirklichen Grundgedanken wieder erinnern. Das ist das Interessante, Wissenschaft und Religion und ab einem gewissen Punkt schließen die sich gar nicht mehr unbedingt aus. Ja, und alles andere auch, also auch, ich muss immer dran denken, wenn man an die Simulationstheorie glaubt oder so, dann sind dann halt andere die Götter für einen, nämlich die Leute, die diese Simulation geschaffen haben oder so wie in Matrix, einfach die, die mehr wissen, dann halt wie Götter wirken oder Aliens oder so. Also, was auch immer dann Gott bedeutet, wird, glaube ich, dadurch bestimmt, was irgendwann als Wahrheit wirklich rauskommt. Aber selbst, ich wollte eine Sache sagen, nur, ich glaube, dass das sogar noch weitergeht. Ich glaube, dass Leben und Evolution, all dieses, es bedingt automatisch irgendeine Form von Entwicklung, eine Evolution, wenn du genug Zeitraum lässt. Genauso, glaube ich, wie es auch fast immer bei intelligentem Leben dann auf irgendwas Digitales hinausläuft. Also, auf irgendwas, was eben, ja, Mathematik und Wissenschaften, also was beinhaltet und dann eben eine Weiterentwicklung des Lebens, was man quasi biologisch hat, beinhaltet. Ich glaube fast, dass das wie so ein Computer, der so eine Sache immer nur abspielt und egal, was du reinmachst, es wird immer am Ende ein Brot rauskommen oder so. Also jetzt, okay. Doch, das ist okay, eine Analogie, weil du kannst alles in so ein Brotbackgerät reinpacken. Am Ende sieht's aus wie ein Brot und wenn du ein, zwei Sachen hast wie Hefe und dies und das, dann ist es auch ein Brot. Auch wenn es zu 80 Prozent aus Körnern besteht. Aber nehmen wir mal an, also auf einem anderen Planeten gelten die gleichen Gesetzmäßigkeiten und so weiter und deshalb kommt es auch wieder zu ähnlichen Prozessen, wo vielleicht was humanoides, menschenähnliches kommt. Und dann ist ja immer noch die Frage, in welchem, also wo auf dem Zeitstrahl der Menschheit landest du? Landest du bei 3000 vor Christi quasi? Also die sind... Wann die ihren Peak haben? Genau, wo sind die gerade in ihrem Zeitstrahl? Oder sind die vielleicht, vielleicht sind es Menschen, die schon seit, weiß ich nicht, 80 Millionen Jahren gibt und die haben es halt geschafft, so lange zu existieren? Oder sind es Menschen, die gerade erst so im Neandertaler-Staat sind, die erst mal so, hm, was ist denn hier los? Also dann auch noch mal auf Menschen ähnliche Wesen zu treffen, die quasi evolutionstechnisch genau auf unserem Zeitstrahl sind, ist ja auch noch mal ein Zufall, der fast unmöglich ist. Ja, genau. Das denke ich nämlich auch und also das wird natürlich nicht passieren. Also Star Trek, das ist so das eine Ding, was man bei Star Trek vielleicht kritisieren kann. Unreel ist das Einzige. Ja, also es ist... Andere Sachen, die vier Regis kommen und sagen, guck dir auch gerade Stranger Things 4. Nee, aber dass die halt, also natürlich zum einen... Das war ein guter Joke, da kann man auch kurz... Aber bis dahin ist es 4.000, möchte ich noch. Aber wie lustig wäre es, wenn die exakt die gleiche Staffel gerade kriegen wie wir. Ja, nur leicht bei dem einen oder Game of Thrones hat nur ein besseres Ende. Die haben bei 5 auch gehört. Steffel 7 und 8 sind bei den Knorkis irgendwie besser oder so. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, bei Star Trek hast du natürlich dann, die sehen alle gleich aus, weil sie natürlich, weil es einfach billiger ist zu produzieren. Ist ja klar, also gerade in der ersten Staffel sehen Klingonen halt einfach nur dicke Augenbrauen oder sowas. Aber die... Also ich glaube, dass das Leben und... Also wenn es sich irgendwann an einem gewissen Entwicklungsgrad befindet, dann nimmt es halt die Evolution selbst in die Hand. Und ich glaube, das ist ein Entwicklungsprozess im Leben, dass du dann... Du erreichst ein Bewusstsein, du erreichst eine gewisse Möglichkeit durch deine Gedankenkraft und dann nimmst du die Evolution selbst an die Hand. Also es ergibt überhaupt keinen Sinn zu sagen, okay, wir sind super smart, aber wir unterwerfen uns immer noch den Strömungen der Evolution. Das macht ja kein Lebewesen, was diesen Punkt in seiner Entwicklung erreicht. Und das wird auch der Mensch nicht machen, wenn wir lang genug leben. Dann werden wir irgendwann an den Punkt kommen, durch genetisches Engineering uns eben so zu verändern, wie es Sinn ergibt. Das fängt an damit, dass man irgendwelche Anfälligkeiten für Krankheiten und so weiter aus dem Gencode... Ich höre wie ein Kind, was erwachsen wird, irgendwann sage ich, ich entscheide den Scheiß jetzt selbst, ziehe aus. Genau. Und ab dem Zeitpunkt wird sich die Evolution, ob es jetzt der Mensch ist oder eine andere Spezies, wird sich ja beschleunigen. Weil du wirst dann, der Mensch wird länger leben, oder das Lebewesen wird, die Lebensspanne wird sich erhöhen, der Lebenszyklus, aber deine Intelligenz wird sich massiv erhöhen. Und ab dem Zeitpunkt kann ja alles passieren. Das ist ja, das nimmt ja dann richtig Fahrt auf, wie so eine Schneekugel, die dann immer schneller und immer größer wird. Weil je intelligenter du bist, desto schneller kannst du dich wiederum entwickeln. Und ich glaube, dass jede Lebensform die ähnlichen Entwicklungen durchmacht, wie der Mensch irgendwann an diesen Punkt kommt, der evolutionären Selbstbestimmung. Und dann, ab da ist das Leben mit unserem ja gar nicht mehr vergleichbar. Und deswegen ist jede Alienrasse, die irgendwann diesen Punkt erreicht hat, ist logischerweise meilenweit von uns entfernt. Deswegen glaube ich, vielleicht kommen wir irgendwann auch an den Punkt. Vielleicht gibt's Aliens und die sehen uns und die sind noch nicht in ihrer Entwicklung in der genetischen Selbstbestimmung angelangt. Die sind voll langweilig. Wir sind voll langweilig für die. Ich hab eine Frage noch an euch. Ihr seid ein Astronaut, ihr habt keine Familie, ihr seid völlig allein und so. Niemand mag euch, ihr habt keine Freunde, du bist ein Arschloch und du auch. Und ihr seid aber alleine auf so einer Mission und dann bekommt ihr durch irgendeine, ich weiß nicht, ihr trefft Gott. Nee, Gott wäre schon zu viel erklärt. Aber ihr habt die Möglichkeit zu erfahren, was wirklich dahinter steckt, hinter der ganzen Sache mit Leben und dem Universum und allem. Quasi 42 so. Oder ihr, aber dann ist es vorbei so, das ist quasi der Deal, dann ist euer Leben vorbei. Oder das Ding, mit dem ihr da kommuniziert, schickt euch zurück und ihr könnt euer Leben leben, aber ihr werdet nie erfahren, was dahinter ist. Aber ihr könnt halt noch euer Leben leben und seid cool, weil ihr wart irgendwo und könnt was erzählen. Aber was würde euch quasi, würde euch das Wissen alleine so sehr interessieren, dass ihr sagen würdet, gut, dann call ich jetzt quits. Das Leben alleine ist nicht so spannend, wie dieses Wissen zu haben. Okay, Morpheus, ich sag's dir. Oh, stimmt, das ist wirklich genau das. Das ist fucking die blaue. Nö, nö. Aber du willst wissen, ob man für die Erkenntnis bereit ist, sein Leben sozusagen zu opfern. Im Grunde, ja, im Grunde, ja, will ich das, genau. Aber ist das nicht auch die Frage, sozusagen, oder mit der man sich eh beschäftigt, weil man so davon ausgeht, dass wenn man stirbt, oder manche davon ausgehen, nicht, Mann, aber manche davon ausgehen, dass wenn man stirbt, diese Erkenntnis bekommt, also dass wenn du stirbst, Bestenfalls kriegt man sie, ja. Und dann sozusagen diese Erleuchtung kommt, aber du zahlst sie halt mit deinem Leben. Ist ja im Prinzip diese Frage. Wenn du das nämlich glaubst, dann musst du ja gar nicht viel machen, außer abwarten. Abwarten, genau. Hm, ja, aber das ist jetzt ja dann schon wieder, das hat er in seinem Szenario jetzt ja nicht eingebaut. Also, er baut ja schon, die Frage ist ja, Erkenntnis oder Existenz. Genau. Ich würde zum Beispiel, klar würde mich das, aber das ist ja wie so, wenn dir jemand fragt, okay, möchtest du in einem mentalen Orgasmus sterben? Ja. Aber dafür so, und dann hast du halt, wie lange hast du denn noch Zeit, diese Erkenntnis zu verarbeiten und vielleicht auch zu genießen? Und ich glaube, der Zeitraum, kriegst du dann nach zehn Minuten. So, das wären mir, glaube ich, zweifach... Zehn Minuten, kannst du sagen. Ich glaube, wenn du eine Erkenntnis bekommst, die Erkenntnis, die sozusagen das Universum in allem erklärt, dann ist, glaube ich, da gehst du ja nicht mehr zurück und sagst, heute zocke ich Lies of P. Ich glaube, dann ist so ein gewisser, also was auch immer dann dahinter steckt, ist wahrscheinlich so mindblowing, dass eh irgendwie das... Das Leben danach nicht dasselbe ist. Ja, oder dass dann, ich weiß ja nicht, was es ist, aber wenn du dann irgendwie die Wahrheit gesehen hast und angenommen, sie ist nicht einfach nur banal irgendwie, oh ja, zwei chemische Prozesse, mehr wissen wir auch nicht, so, wenn da wirklich irgendwas, eine krassere Erkenntnis dann ist, die so krass ist, dass sie das Universum und alles in seinen Einzelheiten erklärt, dann ist dann eh wahrscheinlich die Frage, ob du noch existieren willst oder so, so marginal dagegen, das... Das kommt mir auch drauf an, was du erfährst. Ja, ja, natürlich. Das ist, ja. Interessant. Ja, aber ich würde trotzdem, also, da bin ich zu sehr leben und das Leben, die erste Prämisse des Lebens ist ja, sich selbst zu erhalten und das würde dagegen sprechen. Aber du würdest schon trotzdem lange mit ihm diskutieren, ne? Ich würde gucken, ob ich irgendwas aus ihm rauskriegen kann. Oder eben juristisch irgendwie. Das ist zum Beispiel ein guter Punkt, die Prämisse des Lebens ist, sich selbst zu erhalten, aber warum ernähre ich mich dann so schlecht? Versage ich nicht da, schon mit der ersten Prämisse. Müsste ich nicht da schon ansetzen und sagen, du denkst halt nicht langfristig. Du bist mehr so der, in dem Fall dann kurzfristige Genießer, der Hedonist, der sagt, ja, ich weiß es, aber mir ist es halt egal. Ist ja so. Genieße das jetzt, auch wenn es mir meine Zukunft verkürzt. Die Erhaltung des eigenen Lebens ist natürlich dann auch gekoppelt an deine Fortpflanzung und das hast du ja schon hinter dich gebracht. Und es gibt ja auch Tiere, die... Der Mensch ist natürlich als intelligentes Lebewesen auch deshalb nach seiner Reproduktionsperiode noch von Nutzen, weil er durch sein angesammeltes Wissen natürlich der Gruppe auch behilflich sein kann. So, aber... Sprich du nur von hier, bitte. Niedere Lebensform wie der Lachs oder... Der Oktopus ist eine Ausnahme, weil er eigentlich ein hochentwickeltes Tier ist, was ist eigentlich echt schade. Aber wenn der Lachs geleicht hat, dann stirbt er. Hat er seine Lebensaufgabe... Wenn er was gemacht hat? Gelaicht. Gelaicht. Er wird zur Leiche nach dem Leichen. Sozusagen. Er die ganzen Eier und dann... Er hat Bienen... Gelaicht. Ja. Also wenn er seine Eier abgelegt hat. Ai. Ah. Dann stirbt er. Und weil er hat dann... Das machst du doch absichtlich. Das ist doch nicht... Das weißt du doch alles. Ich hab das Wort Gelaicht hab ich noch nie gehört. Nein. Ist doch Frankfurter. Hat überhaupt nichts... Ich wollte einfach mal sein Gesicht sehen. Kann man immer bringen. Okay, aber er hat dann seinen Soll erfüllt und wird dann quasi... Er gibt dann, sagt so... Ich bin raus aus der Nummer. Ich hab gemacht, was ich... Genau. Wofür ich hier bin. Und da ist natürlich dann die... Du bist dann eh... Du hast den Staffelstab im Prinzip ja dann schon weitergegeben und... Ich kann mich jetzt auf Comedy konzentrieren. Nein, du kannst jetzt... Du kannst machen, was du willst. Aber also der Primärauftrag, den hast du ja erfüllt. Sodass wenn du dich jetzt totfrisst oder so, ist es nicht so schlimm. Weil ob du jetzt zehn Jahre früher oder später schreibst... Ja, aber fairerweise hab ich ja schon, bevor ich Kinder hatte, mich scheiße ernährt. Ja. Vielleicht aber... Deine Darmbakterien sind ja auf das ausgerüstet, was du halt isst, relativ häufig. Und das heißt, wahrscheinlich verdauen die den Kram halt mittlerweile wie Profis. Das sind wie so ganz... Wie so... Nuklear-Kernkraft-Atommüll-Beseitiger. Die wissen, die aber schon lange das gemacht haben. Die wissen genau, wo... Wenn ich Brokkoli esse, dann denken die erst mal, holy shit, was ist denn das? Was ist das? Weiß jemand, wie man damit umgeht? Siehst du, und schon kommt Chaos rein. Ja. Das willst du nicht. Ist einfach genauso weiter. Jetzt bleib ich bei Nutella. Nur um sicher zu gehen. Ja, ich muss nur lachen. Ich muss immer wieder daran denken, immer wenn ich in den Kühlschrank gucke, und muss ich an deine geniale Idee denken, das Brot ist ohne Brot. Wo du meinst, hab dir schon mal einfach eine Wurstscheibe auf eine Käsescheibe gelegt. Und das war für dich voll der Brain. So, wow. Das ist doch wirklich normal. Ja, aber das ist so, ich find das so lustig. Es ist nur noch zwei Zutaten, nur noch eine weniger, und dann nimmst du einfach nur noch, dann hast du Rohkost im Grunde. Ich esse sowieso nur zwei Zutaten in verschiedenen Variationen. Es ist immer, es ist immer ein Stück Fleisch mit einem Stück Käse, und meistens dann irgendwas Brotartiges. Ob's ein Döner ist, ob's ein Burger ist, ob's eine Pizza ist, ob's eine Stulle ist, es ist immer mehr oder weniger die gleiche Variante der drei Rezepte, oder wie sagt man, der drei Ingredienzien. Teig, Fleisch, Käse. Genau, Teig, Fleisch, Käse. In welcher Form auch immer. Käse ist leider nicht gut für dich, Teig ist nicht gut für dich, und Fleisch wahrscheinlich auch nicht so gut für dich. Nichts ist gut für mich. Ich hab meine Frau dabei ertappt, wie sie jetzt angefangen hat, nur noch vegetarische oder, nee, aus der Light-Reihe von HelloFresh irgendwie, nur noch so gesunde Sachen zu kaufen, das ich super finde, weil sie kocht's ja auch. Ja, aber es gibt bei uns immer Stress. Ja, aber deswegen, nee, ich denke so, okay, sie macht's halt wirklich für mich, aber sie schleicht es so durch die Hintertür rein, und dann appreciate ich das dann. Ich merk das bei uns schon, wenn sie was kocht, und dann beobachtet sie mich so. Und dann weiß ich schon, okay, es ist vegan, es ist, weiß ich nicht, vegane Bolognese oder so, und sie will jetzt wissen, ob's mir auffällt oder nicht. Ich merk schon an dem Blick, und wenn ich sage, hm, das ist aber lecker, dann kommt sofort, siehst du, ich hab's gewusst. Ich hab gewusst, du merkst nicht, dass es vegan ist oder so. Das ist wirklich mittlerweile ein Thema bei uns. Und ich fühl mich auch oft überlistet. Das ist wohl wahr. Es ist auch ein bisschen komisch, um mal einen sagen, einen Widerspruch, den mir bisher noch keiner erklären konnte. Bevor dieser, also wie gesagt, das ist nicht gegen veganen und auch nicht vegetarisch und so, ich find das alles cool und es hilft der Umwelt. Aber ich kann mich erinnern, dass es, oh Mann, ich verliere grad den Gedanken. Warte. Es ging, ja, nee, das ist so dumm grad. Ich verliere grad den Gedanken. Welches Level bist du bei Lies of P? Ja, sechs, sechs ist Kartitel. Ähm, genau, es heißt, genau, es heißt auf der einen Seite, bevor diese ganze vegane Geschichte kam, hieß es, processed food ist der schlimmste Shit. Da ging's darum, processed food, mach dich kaputt, nur noch die Sachen, ja, halt alles verarbeitet. Also halt, genau, die wurden verklagt, weißt du's nicht? Warte mal, welche Sachen, Tomaten, Paprika. Paprika sind tatsächlich nicht gesund. Also du denkst, das ist doch in der richtigen Rubrik so, aber es ist nicht gesund. Du brauchst nie wieder essen, Paprika. Fand ich auch interessant. Also, also was ich damit sagen will, ist, erst hieß es, processed food darf nicht essen und jetzt aber, sagen alle, ist diese Fleischimitate und dies und das, die wiederum processed food sind. Ihr wisst, was ich meine. Es ist so das kleinere Übel, aber eigentlich opfert man seine Gesundheit zugunsten der Umwelt. Wenn ich verstehe, was ich meine. Aber wir sind ja auch, der Mensch ist ja auch Umwelt. Wir trennen uns immer. Ja, okay, aber ich bin schon wichtiger als irgendein Farn hier, als, weiß ich nicht, hier das Ding. Ja, aber für den Farn ist das anders. Ich hab ja auch nichts gegen den Farn. Ich sag nur, dass im Zweifel, wenn das Haus brennt, nehm ich nicht ihn mit, sondern mein fucking Handy. Ja, das tut mir leid. Den Hund nehm ich mit, vor allem anderen. Die Frau kann rennen, der Hund weiß es nicht besser, aber einen Farn nehm ich doch nicht mit. Auch meinen Lieblingskaktus würd ich halt verbrennen lassen. Bin ich deswegen Monster? Ja. Verdammt. Naja. Du hattest doch auch mal, ihr hattet doch mal die Duke Nukem Gedächtnispflanze bei Giga. Das war doch auch eine mit Emotionen aufgeladene Pflanze. Hättest du die mitgenommen? Ja, irgendjemand hat auch Cola da reingeschüttet. Es war an deinem Tisch, ich mein. Ich weiß nicht, irgendjemand hat sie umgebracht. Oh Mann, ey, ich hatte mal eine Pflanze, ab und zu erzähl ich die Geschichte mal alle paar Jahre und das war auch noch bei Giga, da hatten wir mal einen Praktikanten. Oh, warte mal, die hatte doch einen Namen. Nee. Ja, die haben alle Namen, du meinst, aber Dr. Jens meinst du, Dr. Jens ist schon die subtropische, irgendwas war mal. Dr. Jens ist schon lange tot. In was hat er seinen Doktor? Weißt du nicht? Okay, er konnte mir das nicht weiter erklären, also ich weiß, er hat einen Doktor gehabt, aber Damit hat er auch immer angegeben. Ja, damit hat er immer angegeben, aber er wollte nicht so richtig mit der Sprache rausrücken. Ich glaube in Gynäkologie. Gynäkologie. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, bei dem, bei diesem Praktikanten auf dem Platz stand, diese unverwüstliche Pflanze und erst dann irgendwann war sein Praktikum vorbei und er hat mir dann den Staffelstab in die Hand gedrückt und gesagt, du kümmerst dich bitte fortan um diese kleine Pflänzchen, was ich dann auch erstaunlicherweise gemacht habe und das ist 20 Jahre her und die existiert bis heute. What? Cool. Und die ist halt so hart im Nehmen und die kann auch mal monatelang einfach nicht gegossen werden und die ist einfach so tough. Die war auch schon mal so riesengroß. Du hast eine echte Pflanze, die 20 Jahre alt ist. Ich habe zwei echte Pflanzen, die 20 Jahre alt sind, ja. Und die eine ist von Giga und die ist nicht tot zu kriegen, egal wie schlampig ich die behandle. Gib sie mir in der Woche. Ja, ich würde auch einen sehr extrem testen. Kannst du nicht so eine Spore, so einen Ableger davon und dann gucken wir mal. Die war einmal so groß, die war schon einmal, ich habe die dann schon zwischendurch umgetopft in einen größeren Topf, weil die so groß geworden ist. Krass. Und dann ist die aber irgendwann mal umgeknickt und so und dann habe ich wieder 80 Prozent irgendwie weggeschmissen und habe 20 Prozent von ihr behalten. Das ist ihr scheißegal, sie lebt immer noch. Ich kann euch gerne mal, wenn sie wieder groß genug ist, einen Ableger davon geben. Ja, ich habe ja jetzt, ich pflanze ja in meinem Schlossgarten, wir haben zwei Sonnenblumen und ich habe folgendes gemacht, die ist echt schon groß und geworden und hat einen recht dünn Schiegel und dann ist die so schon vom Wind so ein bisschen schräg gewesen und dann wollte ich ihr helfen und habe so einen Stock in die Erde und dann habe ich die mit so einem Stück Draht an den Stock. Ja, Moment, ich dachte, das ist gut. Gute Idee. Nach ein paar Wochen, glaube ich, nach dem Urlaub kamen wir durch und dann hat sich der Draht durch den Stiel der, also die ist wahrscheinlich gewachsen und dadurch ist es da reingeschnitten und durch den Wind und so weiter. Auf jeden Fall kamen wir und dieser Draht, mit dem ich die eigentlich stabil stabilisieren wollte, hat sie einfach geköpft. Also in der Mitte durch. Ja. Ich will jetzt nicht hoch, die ist ja scheinbar, aber es ist doch irgendwie auch ein Stück weit. Ach, ich wusste, dass du jetzt wieder herkommst und sagst, das wusste man doch vorher. Naja, ich meine, dass der Draht so eine zarte Pflanzenmembran einschneidet. Ja, wie befestigt es man denn dann? Ich hätte es auch nicht gewusst. Ich hätte das wahrscheinlich genauso gemacht. Es fühlt sich ein bisschen an wie jemand, der nicht laufen kann und dann baust du so eine Woche lang so einen Rollstuhl und der freut dich voll und dann rollt er damit irgendeinen Abgrund runter. Und du hast ihm geholfen, sich umzubringen. So wie der Segway. Aber wie stabilisiert man denn dann so eine Pflanze, ohne dass sie... Es geht, aber du musst, glaube ich, anderes Material nehmen. Also der Stock ist nicht schlecht. Wahrscheinlich war es zu dünn. Das müsste was Dickeres sein, was irgendwie... Also die Bäume haben noch mal diese dicken braunen Pflanzenfaserseile da. Ja. Diese Bäume, wo diese drei Pfosten irgendwie um sie rumstehen und dann sind die immer so festgemacht. Oder eine Klammer, die wiederum so aufgehen kann auch, wenn Druck ist. Aber diese so, also bei diesen Sonnenblumen, die sind ja so recht dünn und ganz empfindlich. Und die sind auch recht weich tatsächlich. Also die sind nicht... Stimmt, die sind kein Bambus oder so, sondern du kannst da mit so einem Draht, kannst du das... Aber sie lebt noch. Also sie wurde zwei... Wie bitte? Sie lebt noch? Ja, ja, sie ist geköpft. Sie stört die Bäcker oder was? Sie hat wieder neu... Aha. Also sie ist neu nachgewachsen. Neue Köpfe. Aber sie ist jetzt halt schon wieder so schräg und ich hab das Gefühl, wenn wir sie nicht bald irgendwie stabilisieren, wird sie das nicht schaffen. Mach's nicht, weil das ist wahrscheinlich, weil die zu kopflastig werden und wenn du denen hilfst, dann werden die irgendwann den Garten übernehmen, weil die natürlich dann smart werden. Dann hab ich hier Plants vs. Zombies. Ja, so fängt's an. Ey, ich liebe Sonnenblumen. Ich find, das ist voll komisch. Ich hab nie in Deutschland welche gesehen, außer in meiner Kindheit und jetzt hab ich wieder angefangen, dass ich die plötzlich irgendwo sehe und dachte mir, ey, wo seid ihr geblieben? Ich hab die nie gesehen. Ja, weil man sich wahrscheinlich so krass um die kümmern muss, weil die so in der normalen Natur es sehr schwer haben. Ey, aber ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit hab ich die, weil die sind so schön und groß, dass ich weiß, ich hab davon einige auf jeden Fall leider auch geköpft, weil ich die meiner Mutter mitbringen wollte, aber auch immer fasziniert beobachtet. Aber ja, mehr Sonnenblumen bitte. Ja, und ich hab auch Tomaten ange... Also, wenn ich sage ich, dann wissen wir alle, dass ich's nicht war, aber sie sind auf meinem Grundstück. Wenn sie rüberwachsen. Echte Tomaten. Und ich hab... Und das ist ein crazy Gefühl, wenn du selber Tomaten aus deinem Garten isst. Also, die sind... Die sind da gewachsen, da war vorher nix, da hast du irgendwas reingesteckt in den Boden, dann kam das. Oder nimmst du die, dann isst du die, die schmecken wie Tomaten. Die schmecken auch so wie Tomaten. Also, das ist irgendwie faszinierend. Das hat schon was für sich, so sein eigenes Essen zu kreieren. Bist du so ein Garten-Daddy irgendwann? Oder bist du schon einer? Nee, das ist mir zu... Aber weiß ich, ich glaube schon, wenn man irgendwie in so einem Alter ist oder finanziell ausgesorgt hat und einfach nichts mehr machen muss, dann muss man ja irgendwas sich noch suchen. Und ich finde so Sachen im eigenen Garten anzubauen und ich verstehe auch so Leute, die immer so voll stolz sind, wenn sie einem dann die Gurke präsentieren. So, wow, die hab ich gemacht. Also, ich verstehe die Faszination. Ich kann mir das auch so als Alterstätigkeit schon vorstellen. Also, ich muss sagen, meine Kinder und meine Frau kümmern sich hauptsächlich drum. Ich bin aber zum Beispiel, was ich gerne mache, ist Rasenmähen. Das ist der Duft von frischem Mähen. Oh, ja, stimmt. Rasen und irgendwie, und das Schöne beim Rasenmähen ist das Vorher-Nachher-Ergebnis. Dass du wirklich... Es gibt so Sachen, die machst du und du denkst, warum hab ich das gemacht? Das macht ehrlich gesagt kaum einen Unterschied. So, aber beim Rasenmähen siehst du vor, oh Gott, sieht das scheiße aus. Dann mähst du den Rasen und denkst du, schön. Und das motiviert. Hast du mal gehört, du kennst das Stimmende, dass dieser Duft ist eigentlich die Form des Grases, um Hilfe zu schreien. Also, das ist so ein bisschen, ja, was du da riechst. So, dieser Grasduft, frisch gemähtes Gras ist eigentlich der Geruch von blutigen Leichen, die einfach noch um Hilfe schreien. Aber du tötest sie ja nicht. Ja, ich weiß, aber die wissen es ja nicht. Das Gras bleibt ja lebend. Ich weiß auch nicht, wem wollen die was signalisieren. Es ist ja nicht so, als ob die Halme weglaufen können. Ich weiß es nicht. Ich fand, das aber nur ... Macht euer Testament, bringt eure Sachen in Ordnung. Jetzt kann ich nie wieder, jedes Mal, wenn ich jetzt rasend bin, denk ich so, ich nehm ich auch nicht. Ich muss noch mal nachgucken, ob das wirklich stimmt. Dem tut mir das fast ein bisschen leid, aber einer muss es doch machen. Wenn wenigstens wir es machen, dann machen es die Rinder. Wie wer? Die Rinder, halt. Die essen ja auch Gras. Wenn die nicht so groß wären, und da denk ich auch wieder so an Bioengineering, warum ... Es gibt viele Tierarten, von denen ich gerne so eine Mikrovariante hätte. Ach so. Und wenn man jetzt zum Beispiel ohne Probleme sagen könnte, okay, man züchtet so eine Kuh, aber die ist halt einfach so groß wie ein Dackel, und die lebt dann in dem Rasengebiet so. Ah, und mäht das. Und mäht das so langsam weg. Ja, das ist gut. So, da muss man ein bisschen aufpassen, dass dann nicht irgendwie die Ratten dann sich da an die Euter ran beißen. Und du kannst sie auch nicht essen. Nee, aber das ist dann ja auch nicht ihre Funktion. Ja, aber die können ja auf so Stelzen laufen zum Beispiel. Irgendwann wird es ja sterben. Nee, aber das Horn kann ja ganz lang wie so Stelzen sein. Da kommen die Ratten nicht ran, meine ich. Ja, aber da muss so kleine ... Aber da muss der Hals wiederum sehr lang sein, dass er ans Gras rankommt, meine ich. Schwierig. Also eher eine Giraffe dann. Deswegen sind wir nicht die Natur. Das ist der Grund. Wir können es nicht. Ja. Das Leben ist schon, aber auch Wien, finde ich, mich erinnert das immer so ein Schachcomputer. Wenn du immer so ... Am Anfang sind die ja voll schlecht, diese Schachcomputer. Und die lernen ja auch über Trial and Error, ne? Und irgendwann sind sie so geil, dass man selbst ja, Gustavsson sie nicht mehr besiegen kann. Und so ist das Leben ja auch ein Stück weit so ... Du bist ein Schachcomputer-Edel. Du bist ein Schachcomputer-Edel. Was, du lachst? Du hast die Edel. Ist irgendwann der Moment gekommen, wo er einfach ... Nein. Nee? So eine Erkenntnis, und auf einmal kann er Schach ... Ja, und dann fällt die Maske des Gesichtes ab und darunter ist so eine Figur, so ein Bauer. Es ist das ein Bauer-Schach. Das ist ein Gegenteil bei mir. Bei jedem Menschen. Jeder von euch könnte besser im Schach sein, als ich, wenn er den gleichen Amount of Zeit ... Amount of Zeit ... Den gleichen Anzahl an Stunden investieren würde, wäre jeder von euch besser als ich im Schach. Okay. Es gibt keine Kombination, die dümmer ist, als ich und Schach, weil ich mir nichts merken kann. Es ist einfach schlimm. Aber ich habe Respekt, dass du dich dann so zeigst. Also, dass du das dann mitmachst. Ich finde, ab einem gewissen Niveau ... geht es ja nur um den Spaß, den man hat in der Zeit, in der man es ausübt. Das ist ja so wie mit Schwimmen. Das machst du beides in einem Becken, aber dann gibt es so Franziska von Almseck-Leute, die das hassen wie die Pest, weil sie es leistungssportmäßig machen und eigentlich den Geruch von Chlor mit Qual und Elend verbinden. Andere Leute gehen ins selbe Becken und haben denselben Geruch und dasselbe Wasser und verbinden das einfach mit einer super guten Zeit, die sie haben. Und ich glaube, du solltest beim Schach nicht rangehen und sagen, du bist jetzt Franziska von Almseck, sondern du solltest einfach rangehen und sagen, wie du ins Freibald gehst und Spaß haben. Das macht dir halt Spaß. So funktioniert das leider nicht beim Schach, weil du musst ja gegen jemanden spielen und wenn der gewinnt, dann macht es halt keinen Spaß. Also verlieren macht keinen Spaß. Willst du mal gegen mich spielen und dann gewinnen? Ja, aber das ist das Problem beim Schach. Wenn du gewinnst, denkst du dir, ja, ich hab ja nur gewonnen, weil der so schlecht war. Und wenn du verlierst, denkst du dir, ich bin so scheiße, ich kann einfach nicht gewinnen. Also du findest immer einen Weg, dich zu hassen beim Schach, weil du ja auch immer verantwortlich bist. Das ist ja nicht wie bei anderen Sportarten. Du kannst einen ja, was heißt outsmart, aber wir sehen ja beide das Gleiche. Es gibt kein Geheimnis, so wie beim Pokern. Du weißt nicht, was ich hab. Vielleicht macht er so oder so. Sondern wir sehen beide exakt das Gleiche. Wir haben beide die Wahrheit. Ich kann nicht irgendwie hier antäuschen und dann da machen oder so. Sondern du siehst, wir sehen das Gleiche. Ja, es ist ein Wettkampf des Geistes. Ja, und das heißt, ja, entweder du machst irgendeinen dummen Fehler, dann denk ich mir, ja toll, wenn er den dummen Fehler nicht gemacht hätte, hätte ich auch nicht gewonnen. Oder ich mach den dummen Fehler, dann denk ich mir, warum mach ich so einen dummen Fehler? Also es gibt immer einen Weg, sich selbst zu hassen. Vielleicht spielst du deswegen Schach. Vielleicht hab ich da was gefunden, wo ich richtig drin aufgehen kann. Vielleicht bin ich da auch richtig gut drin, im Selbsthass. Jetzt muss man sagen, es sind ja am Ende 1000 Matches und wie viel habt ihr? 50? 53. 53. Noch einiges, wenn man öfter was hört. Das fühlt sich länger an. Ja. Aber es ist ein schönes, ich finde, das ist interessant, das ist ja das Experiment, also wie mit diesen eine Million Affen in eine Million Jahren. Genau. Kommt Jacks mir bei raus. Das ist halt die Frage, ob da wirklich durch puren, ob es dann so einen Zufallsfaktor gibt. Das ist ja das, worauf ich setze, dass ich denke, dass ich einfach aus Versehen mal einen Zug mache. Aber das Problem ist, ich müsste ja nicht nur einen Zug machen. Ich müsste ja quasi ... Deswegen eine Million mal eine Million. Genau. Die Hoffnung, die ich natürlich habe, ist, dass er irgendwann entgeistert aufgibt, weil er einfach merkt, dass bei mir kein Fortschritt mehr ist und dass er einfach irgendwann keinen Bock mehr hat. Er wird irgendwann, ähm ... Das ist so, wie wenn man mit Kindern Fußball spielt und man lässt die ja ... Entweder man lässt sie gewinnen oder man lässt sie so lange am Leben, dass sie das Gefühl haben, sie könnten mithalten. Und das kann aber auch mal passieren, wenn man mit seinen Kindern Fußball spielt und man will sie so lange wie möglich am Leben halten, dass man am Ende vielleicht nur mit einem Tor Vorsprung gewinnt oder so, dass man dann ... Es steht 7-7, es geht bis 8 und dann stolperst du auf einmal und dann schießen die auf einmal einen Tor. Und dann wolltest du sie wirklich nicht gewinnen lassen. Ja. Das kann ja auch mal passieren. Ja, das Problem ist, was ich beobachtet habe, ist, dass Jan immer noch Freude empfindet zu gewinnen gegen mich. Was sehr komisch ist. Es sagt mehr über ihn als über mich aus, aber es macht ihm nichts aus, dass ich Anfänger bin und er ein Großmeister, sondern ... Du bist aber auch kein Anfänger mehr. Im Schach würde man schon sagen. Naja, aber das ist nämlich schon wieder auch die Wurzel allen Übels bei dir. Das machst du bei vielen Bereichen. Du vergleichst dich immer automatisch mit den Besten. Das ist so, du gehst zum Friseur und hast ein Foto von Brad Pitt oder Ryan Gosling dabei oder du guckst MMA und willst wie Khabib sein. Also, weil du ... Indem du dich da oben ansiedelst. Aber es ist der Maßstab einfach. Nein. Es ist das, was theoretisch möglich ist. Ja. Nicht für alle. Ist ja auch ... Nein, ich meine, alles ist immer ja auch nur von deinem genetischen Rüstwerk. Okay, Aussehen ist nochmal was anderes. Da kannst du nur bedingt mit eingreifen. Kannst du nur bedingt eingreifen. Aber bei allen anderen Sachen denke ich mir halt schon so, okay, die sind ja auch irgendwann mal auf die Welt gekommen und hatten keine Skills. Und irgendwann war der Zeitpunkt, wo die diese Skills entwickelt haben. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, gut, Menschen sind unterschiedlich talentiert. Genau. Aber das reicht dir nicht. Das reicht dir nicht. Das reicht dir nicht. Du willst dich lieber schlecht sehen. Kann ich damit nicht ... Ja, ich weiß nicht. Das ist in der Tat so. Das Problem ist vielmehr, dass ich nicht nur mich immer mit den Besten vergleiche, sondern ich möchte genauso gut sein wie die Besten, möchte aber nicht die gleiche Arbeit investieren wie die. Das ist ein genauer Punkt. Das ist ein Weg dahin nicht, ne? Genau. Der Weg dahin fuckt mich ab. Also ich sehe jemanden, der kann danken beim Basketball. Und ich will auch danken. Und es fuckt mich ab, dass ich es nicht kann, dass ich nicht so hoch springen kann. Aber wenn dann der Basketballtrainer sagt, so, heute machen wir Sprungtraining, dann setze ich mich auf die Bank und sage, fuck you, Sprungtraining, bist du bescheuert, ist viel zu anstrengend. Und dann gibt's aber die, die nach dem Training dann mit ihrem Sprungseil noch zehn Minuten machen, während du halt im, weiß ich, Beatmungszell liegst und einfach auf dem Rückweg einfach nochmal beim McDrive vorbei fährst und am nächsten Tag denkst du wieder, warum kann ich nicht danken? Ja, aber das ist so der Kern des Unglücklichseins einfach. Das Vergleichen an sich birgt so viel Gefahr zum Unglücklichsein, weil du ja automatisch immer das Gefühl hast, okay, du reichst nicht, es ist zu wenig, jemand hat mehr, du setzt dich immer ins Verhältnis zu jemand anderem, der eventuell besser ist und das kann ein Antrieb sein, um irgendwas Spezielles zu erreichen, so eine Rivalität im Sport, jetzt, weiß ich, Federer, Djokovic und Nadal, die sagen so, okay, sie haben sich gegenseitig so krass gepusht, aber auf der anderen Seite, und das ist ja in den allermeisten Fällen bei dir eben nicht so, warum reden wir nicht über mich? weil du uns bezahlst, nach der Sendung gibst du uns Geld dafür, dass wir das Nee, aber ich meine, das ist ja, so dieses Vergleichen ist ja total bescheuert, so ich seh's zum Beispiel auch an meinem Sohn, der sich da immer mit seiner Cousine vergleicht und da hat die mehr Kuscheltiere und er und so und das fuckt die voll ab Aber ich glaube, das ist normal, dass man, also ich glaube, du vergleichst dich auch mit Sachen, jeder vergleicht sich Ja, aber das macht dann ja nicht glücklich. Nee, wahrscheinlich nicht, aber man versucht ja irgendwo rauszufinden, wo man irgendwie hingehört, wo man sich einzuordnen hat, also das muss ja jetzt nicht immer auch ein Vergleich sein, der vielleicht so wie bei mir ist, jetzt so übertrieben ist, ich meine das ja auch nicht ernst, mir ist ja auch klar, dass ich nicht das Niveau von Jan Gustafsson hab, aber ich hab natürlich den Ehrgeiz da, irgendwie was zu erzeugen, reichen, ich bin ja generell ein ehrgeiziger Mensch in gewissen Punkten und gleichzeitig ja auch ist diese, dieser Frust, der mit diesem Ehrgeiz kommt, auch wenn, auch immer, also es wäre natürlich geiler, wenn ich sagen könnte, ist mir eigentlich scheißegal, ist ja eigentlich, ist ja eigentlich wurscht. Aber Glück ist auch keine evolutionär sinnvolle Empfindung, also die bringt evolutionär wenig, außer vielleicht jetzt bei der Fortpflanzung so, aber ja, Punkt. Ich wollte da noch auf irgendwas hinaus, aber ich weiß grad nicht mehr, aber wisst ihr, was ich meine, es ist ja nicht relevant eigentlich, äh, ne, ich weiß nicht, was du meinst, das ist natürlich erstmal, muss ich erstmal drüber nachdenken, weil, das impliziert so viel, zu sagen, dass Glück eigentlich, es ist nichts, worauf eine Evolution setzen kann, zum Beispiel. also, ne, also, wenn du, wenn der Zustand, äh, des Glücklichseins, irgendeinen Vorteil für dich hat und du deswegen diesen Zustand anstrebst und dadurch automatisch diesen Vorteil einheimst, kann das sehr wohl evolutionär sinnvoll sein, aber wenn du, so, so, ja, aber man denkt, man ist dann glücklich, wenn man das Auto hat, das Haus, das Geld, das ist als Vision natürlich okay, aber wenn man glücklich ist, wirklich glücklich ist, dann hat man gar nicht den Antrieb, sich zu vergleichen, irgendwas zu erreichen, bestimmte Dinge zu machen, wenn mich ist, zum Beispiel, wenn man, wenn es mich glücklich macht, mir einfach nur geiles Essen zu machen und mit dem Hund, äh, in der Sonne zu spazieren zu gehen, dann kann man mir das ja nicht nehmen oder schwer machen, schwer, also schwer, schwer machen. Aber ich glaube, Glück ist auch nicht unbedingt etwas, das die ganze Zeit existent sein ist, sagen wir es mal so, sondern dass das immer, so wie du es gerade sagst, ein gutes Essen macht dich in dem Moment, in dieser Frage, glücklich, das kann aber sein, wenn du über andere Dinge in deinem Leben nachdenkst, bist du unglücklich, aber in dem Punkt bist du gerade glücklich. Weil du vorher hungrig warst auch. Oder wenn du vom Sport kommst, dann sagt man ja auch, dann fühlst du dich erst mal so, ähm, positiv aufgeladen, aber hast ja vielleicht trotzdem gerade eine Rechnung bekommen, die dich unglücklich macht. Also was ich damit sagen will, ist Glück, ich glaube auch Leute, die sagen, die von sich aus sagen, dass sie glücklich sind, die sind ja nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche glücklich. Oder Leute, die unglücklich sind, sind auch nicht vielleicht die ganze Zeit glücklich, sondern empfinden auch, wenn sie ihre Serie gucken, wenn sie ein Snickers essen, irgendwas, irgendwo so Glücksmomente. Also Glück ist nicht immer allgegenwärtig, um existent zu sein. Also so würde ich das wahrscheinlich sehen. Weil bei mir ist es so, ich bin, also wenn ich mich fragen würde, ob ich glücklich bin oder nicht, kann ich so einfach beantworten. Weil es gibt Sachen, die machen mich sehr glücklich und machen mich zufrieden und die machen mich happy, aber ich verbringe auch einen Großteil meines Tages damit, fucking unzufrieden zu sein und sauer. Aber das ist genau der Antrieb, dieses aus dem Sauer kannst du ja was machen. Das ist ja der Dampf, der deine Maschine dann zu neuen Höchstflügel vielleicht antreibt. Aber das muss wahrscheinlich, jeder muss ja irgendwie, also Unzufriedenheit ist auch so ein Wort, aber wenn du zum Beispiel Hunger hast, könnte man das ja als Unzufriedenheit über den Ernährungszustand oder was auch immer sagen. Vom Optimum abweichen. Genau, vom Optimum abweichen, so würde ich es formulieren. Und dann willst du was essen, um dieses Optimum wieder zu bekommen. Also ne, und so ist ja unglücklich sein fast schon Antrieb für was auch immer. Das meine ich, und Glück steht dem eher im Weg. Das ist eigentlich, wenn wir immer nur alle glücklich werden, und dann wären wir in dieser, wie in dieser, die Zeitmaschine, diesem klassischen, wo die Menschen alle total debil sind, aber glücklich und wie so Vieh. Und unten sind die Morlocks, glaube ich, die dir ab und zu abholen und essen. Man ist dann wie eine Kuh, auf der Weide so ein bisschen. Ja, wobei ich nicht weiß, ob eine Kuh auf der Weide einfach nur glücklich ist, aber offensichtlich wollen die nichts anderes als ab und zu gemolken werden und Gras fressen. Aber würdet ihr über euch selber sagen, ihr seid glückliche Menschen? Ja, mehr als unglücklich doch, ich würde sagen, so 70, 30. Ist das, hab ich falsch gesagt? Nein, ich bin aber auch, ich hab, ich versuche mich auch von Stressfaktoren, irgendwie versuche ich immer mich fernzuhalten und bin viel in der Natur und mein Hund macht mich sehr glücklich, tatsächlich, weil der sich ja auch nicht weiterentwickelt und irgendwann zum Stressfaktor wird, sondern der ist einfach nur da und ist cool. Immer wenn ich den angucke, bin ich sehr zufrieden. Also, und meine Frauen natürlich. Aber ja, doch, ich bin aber immer jemand, ich gucke mich so an, als ob ich irgendwas Irres gesagt habe, ich bin fast immer schon glücklich gewesen, es waren immer diese Einschläge, die mich unglücklich machen, also so diese Tinnitus-Geschichte oder Stress im Job oder so, das sind so Sachen oder halt Überforderungen, wo man sich selbst, ich hatte ja die Phasen. Das sind ja auch gesundheitliche Sachen auch, das sind ja auch gesundheitliche Sachen, also Tinnitus und so. Sowas zieht einen auf jeden Fall runter, das ist das Nackt am Glück, ja. Aber man kann, vielleicht ganz guter Punkt, weil viele auch immer fragen so, man kann auch mit Tinnitus oder was auch immer, Behinderung, man kann zum alten Glück wieder zurückfinden, so zum alten Empfinden von Glück. Außer wenn man wahrscheinlich Kinder hat, das ist nur Spaß. Aber die Erinnerung ist halt immer da, das geht ja nicht mehr weg, aber ich mache nur Spaß. Ich denke tatsächlich immer wieder, so wäre ein Kind nicht auch krass, aber ich glaube, wenn man so lange drüber nachdenkt wie ich, sollte man auch wirklich keine Kinder haben. Aber ja, es ist wahrscheinlich bis zum Ende ein Thema. Hätte man nicht, sollte man nicht. Das meine ich, man vergleicht sich dann immer mit anderen, da ist es dann wieder. Wenn ihr alle keine Kinder hättet, würde ich wahrscheinlich die Frage mir gar nicht stellen. Weil dann wäre das ja normal. Ja, klar, natürlich. Klar schaust du dann nach links und rechts. Aber das ist halt auch, man muss sich dann irgendwann entscheiden, so für einen Weg. Und das Wichtige ist, glaube ich, sein Frieden einfach damit zu machen. Ja, absolut. Weil beide Lebensentwürfe haben Vor- und Nachteile. Ich kann in beiden etwas sehen, was mich jetzt, glaube ich, dann glücklich machen würde, so. Als Kind. Also wenn du ein Kind hast, das ist so eine Form von Glück, weil es ja evolutionär auch vorgesehen ist, weil es natürlich auch mit vielen Abstrichen verbunden ist und so. Aber die Form, also das, was einem das Kind so zurückgibt, das ist natürlich auch unfassbar viel und wertvoll. Auf der anderen Seite gibst du halt auch viel Selbstbestimmung und so auf. Das heißt, wenn du sagst, okay, du lebst ein Leben nur für dich und versuchst quasi alles so zu machen, dass es dir selber gut geht und dass du so selbstbestimmt wie möglich leben kannst. Das kann ja auch Glück beinhalten. Ich glaube, es ist einfach nur nicht nach links und rechts zu gucken oder irgendwas zu bereuen, sondern das, für was man sich entschieden hat, dann auch anzunehmen. Doch, zumindest das. Also wir müssen jetzt auch nicht über mich reden, das wollte ich jetzt damit gar nicht so. Aber doch, da würde ich dir so ... Bei mir hat es sich so ein bisschen entwickelt halt. Je weniger ich gefühlt fremdbestimmt bin, desto mehr merke ich, kann ich innerlich so aufatmen. Und ich merke dann auch, dass mich das immer noch triggert ist, wenn halt, keine Ahnung, wenn die Frau will, dass du irgendwie am Samstag 11 Uhr irgendwo hingehst. Das ist Samstag, das ist 11 Uhr. Da werde ich immer noch getriggert, weil ich mich fremdbestimmt fühle. Aber ansonsten hat es echt abgenommen alles. Also ja, es ist halt irgendwie, für mich ist es auf jeden Fall was. Ich bin, glaub ich, eher so der Homeoffice-Typ. Einfach der, ja ... Wie gesagt, ich wollte jetzt gar nicht über mich reden. Ich hab auch nichts mehr zu sagen. Warum denn nicht? Wir eiern ja, aber ich hab auch keinen ... Ich hab jetzt keinen Punkt, den ich machen will oder irgendein Thema, was mich groß interessiert. Hat's irgendwas bei euch gegeben, was euch interessiert? Haben wir da irgendein Go-Stand-Thema oder so? Ich hab was Spannendes gesehen, ein Video gesehen. Ähm, und zwar waren da zwei Orcas. Ich hab ne Mutter mit ihrem Heranwachsenden. Und die haben ja dieses Orca-Zeug gemacht, dass die halt so eine Robbe da, so ein Seehund, so eine Eisscholle ... Ah, das hab ich gesagt. Runterschlürfen und dann fressen und so. Das machen die ja gerne. Aber dann kamen zwei Buckelwale. Und diese Buckelwale haben versucht, die Jagd der Orcas zu behindern. Haben versucht, die daran zu hindern, dass die sozusagen diesen Seehund wegsnacken können. Und dann haben die Orcas es aber trotzdem gemacht und sind dann mit dem Seehund im Maul so zu diesen Buckelwalen und haben sie wie demonstrativ denen das gezeigt. Ey, ihr könnt einen Scheiß machen. Hier ist das fucking Tier. Ich hab das jetzt weggefressen hier. Was wollt ihr mal machen? Das war wirklich so. Man interpretiert natürlich als Mensch immer dieselben Muster, auch deine Tiere rein. Aber das war so wirklich ... Und die sind ja so smart, die Orcas, dass man schon glauben kann, das haben die vielleicht tatsächlich ... Das war deren Intention. Und die Buckelwale sind natürlich auch häufiger mal Opfer von irgendwelchen Angriffen. Die Kälber werden manchmal gerissen von den Orcas, fressen sie die Zunge auf und lassen sie einfach sterben. Und deswegen, die Buckelwale checken das schon. Und wenn die, glaub ich, eine Chance haben, weil sie dann mal jetzt nicht irgendwie 20 zu 1 numerisch unterlegen sind oder so, dass sie da auch mal irgendwie denen in die Suppe spucken können, dann machen die Buckelwale das halt auch. Und das so zu sehen, wie die Rivalität da so ... Aber auch die Intelligenz der Orcas einfach zu sagen, hier, guck mal, das fand ich total faszinierend. Orcas sind Gangs. Das sind wirklich alles Bullis und Gangs. Die haben alle, in meiner Vorstellung, alle diese College-Jacken an und sind wie so ... Ja, kicken so die Nerds zur Seite und hauen auch mal so einen ... Schubsen in den Spind. Exakt. Ich hab so ein Video auch von Orcas gesehen. Ich weiß nicht, haben wir das sogar nicht hier besprochen? Oder war es woanders? Egal, da war so eine Tauchcrew, also auf dem Schiff und dann kamen so Orcas und haben die sozusagen gelockt irgendwie, haben sich bemerkbar gemacht und sind dann so hingeschwommen. Dann ist das Tauchboot denen hinterhergefahren und dann war ein Orca da, der sich verfangen hatte. Oh. In einem irgendwas, keine Ahnung, Boje, whatever. Ein ganz altes Ding, ne? Also es war schon lange da drin in seinem ... War das so was? Wie, was war ... Also da war irgendwas in seiner Flosse drin und das war schon richtig verwachst. Also war der stattdessen näher oder konnte der noch schwimmen? Nein, der hat sich einfach verfrangt. Und dann sind die Taucher von diesem Schiff und dann haben den befreit. Und dann sind die wieder auf ihr Schiff und sind wieder los. Und dann sind die Orcas mit dem Befreiten gekommen und haben den so umkreist und sind so gehüpft irgendwie so. Es gibt wirklich, dieses Video gibt es. Also als ob die sich bedanken, die haben sich, also erst sind die zu den Tauchern hingegangen und haben gesagt, ey, wir brauchen eure Hilfe. Okay. Und dann haben die sich bedankt dafür. Das ist krass. Aber das machen Tiere häufiger mal. Ach ja, ja. Das ist doch crazy, ey. Dass die das checken, ne? Dass die das checken, dass da jemand denen hilft und dann aber auch noch diese ... Das ist ja fast schon eine zwischenmenschliche Ebene, Danke zu sagen. Also es kam ja, manche Kinder haben das nicht drauf, Danke zu sagen. Also es ist eine soziale Komponente fast schon. Das ärgert mich bei den ganzen Tieren, die irgendwo befreit werden, dass die nie Danke sagen, sondern die hauen sofort, sobald die befreit, die Katzen aus dem Rohr geschnitten wurden. Das ist nicht selbstverständlich. Das Reh irgendwo aus dem Loch oder die Kuh, die hauen sofort. Aber ich denk mir immer, ey, blickt einmal noch mal kurz zurück, bitte. Nicht mal Katzen sagen Danke, wenn du nicht fütterst. Die Katzen sagen auch, hm. Und deswegen, die sind super smart, diese ganzen Tiere, die sowas können. Vielleicht interpretieren wir es rein. Vielleicht wollten die ... Waren die einfach nur noch mal da oder so. Vielleicht hat man die Muskeln, die legt man natürlich dann immer an. Aber bei Orcas kann ich mir echt vorstellen, weil die ja eben auch wie der Mensch Rudeltiere sind, so Gruppentiere sind. Und da gibt's ja auch gewisse, sag ich mal ... So altruistische Verhaltensweisen, die ja durchaus einen Zweck erfüllen in so einer Gruppe. Also was ich Fledermäuse ... Wenn dann jemand mal keinen Jagdaffolk hatte, dann füttern sie diese Fledermaus mit Blut, weil sie wissen, okay, wenn ich das nächste Mal was hab, dann ist das jetzt ... Das ist im Verhaltensmuster der Gruppe so angelegt, dass man profitiert auch davon, sozusagen. Ja, das ergibt ja durchaus Sinn, dass man solche Verhaltensweisen entwickelt. Und wenn du dann in so einer sozialen Bande lebst wie der Orca, dann kann ja auch sogar sein, dass so eine Form wie Dankbarkeit ... ... ne, also dass du sagst, okay, du hilfst jemandem, du bekommst dadurch ein Glücksgefühl. Und da sind wir wieder beim evolutionären Zweck von Glück. Also du hilfst jemandem, bekommst ein Glückgefühl, wie so einen kleinen Rausch, wie so einen kleinen Orgasmus. Und wenn jemand Danke sagt, dann ist das halt so ein gegenseitiger Gefühlsaustausch. Und dadurch wirst du sozusagen angetrieben zu helfen. Und deswegen ist Danke so wichtig. Genau. Vielleicht ist die Transaktion nicht vollständig. Ja, ist nicht vollständig. Sonst wird das irgendwann nicht mehr der Fall sein. Und dann geht alles auseinander. Aber ich hab auch schlimme Sachen auch gesehen. Mit Orcas? Nee, nicht mit Orcas. Darf ich nur eine Orcas-Sache vorziehen? Und bevor wir wegschwimmen von den Orcas, ich hab nämlich noch eine andere Sache, die hab ich aber gelesen und die hat mich erschüttert. Weil ich dachte immer, dass die einzigen Tiere, die es mit Orcas aufnehmen können, müssten ja eigentlich Pottwale sein. Das sind ja die größten Zahnwale. Alle anderen sind ja so Pottwale, die können ja gar nicht beißen. Die können höchstens durch ihre Masse, durch Schwanz peitschen oder so. Whatever, ne? Aber ich dachte so, so ein Pottwahl-Bulle, der muss die doch auch irgendwie wegnagen können oder so. Da hab ich gelesen, dass die auch Jagd machen auf Pottwale. Und die sind offensichtlich zu dumm, um sich gescheit zu wehren. Vielleicht haben sie auch nicht genug Beißkraft oder so. Aber deren Taktik ist halt, dass die ihre Köpfe zusammenstecken und die Schwänze nach außen. Und dann halt irgendwie versuchen zu peitschen oder so, ne? Schwänzen. In der Hoffnung, dann einen zu treffen oder so? Ja, also so verteidigen die sich wie so ein Karussell, was sich dreht und auf das du nicht aufspringen kannst oder so. Und die Geschichte geht aber so, das waren, ich weiß nicht, das waren irgendwie 17 Pottwale oder so. Und also absurd viele Schwertwale, Orcas. Und die haben die einfach getötet. Also die Orcas haben diese Pottwale getötet. Und das hat meine Welt ein bisschen zerstört, weil ich immer dachte so, okay, der Pottwahl ist zu krass, den kriegen sie nicht. Und hier so ein Buckelwal und so, okay. Können sie nicht richtig wehren. Ja, genau, wenn die nur die Bartdinger haben. Aber die haben die richtig... Ey, die sind gar nicht, die Natur ist so fucking gnadenlos. Das tut mir jedes Mal, bis ich ein Video sehe. Das wollte ich gerade sagen, es gibt so einen Kanal, der heißt Dark Side of Nature. Auf Instagram, aber mit Vorsicht zu genießen. Da passiert richtig fieser Shit, also unter Tieren. Und da war auch so ein Ding, ich weiß nicht, wie repräsentativ das ist. Da war ein Vogelnest und ein Muttervogel kam, um ihre Küken, frisch geborenen Vogelküken zu füttern, hatte aber nicht genug. Und dann musste sie, oder weiß nicht, ob sie musste, aber hat sie ein Küken gepackt und aus dem Nest geworfen. Oh. Oh. Stell dir mal vor, einfach kurzer Blick. Okay, least favorite. Und das hat mich so... Kannst du nicht machen. Das hat mich emotional richtig mitgenommen. Weil das ist natürlich diese schlimme Frage, die man sich eh... Ich habe jetzt zwei Kinder. Wenn du dich entscheiden musst, dieses Sophie-Choice-Ding. Da gibt es ja auch diesen Film. Oder diese Frage, du kannst nur ein Kind retten. Und das macht dich wahnsinnig. Und dann kommt da dieser Vogel und er merkt einfach, okay, einer hat zu viel. Zack, raus. Und das Thema ist irgendwie... Das fand ich so kompromisslos. Und ich habe es auch nicht so ganz verstanden, weil hätte sie sich noch mal essen können, Vielleicht war es immer der eine und sie hat keinen Bock. Vielleicht hat sie auch irgendwas gemerkt, der kann nicht fliegen oder... Ich weiß nicht, was da... Vielleicht war der einfach frech. Ich garantiere dir, es war auf jeden Fall, den hatte sie schon immer geeilt. Das war schon der eine der schwächsten. Das garantiere ich dir, dass das eine kalkulierte, eine Instinkthallhandlung war, die aber trotzdem kalkuliert ist im Sinne von, die wirft nicht den Stärksten aus dem Wurf raus, sondern halt den Schwächsten. Ja, das ist auf jeden Fall kalkuliert, weil die, auch so grad, wenn die dann später schlüpfen und immer so die Kleinsten, die kriegen dann auch immer weniger ab, weil die sich nicht durchsetzen können und dann werden sie noch kleiner und dann ist es ja eine mathematische Rechnung. Der Vogel kann so und so viel Energie ins Nest bringen und dann teilt sich diese Energie auf die Brut auf und entweder die sind halt alle irgendwie leicht unterernährt oder du hast halt weniger, aber dafür weißt du, die krieg ich durch. Ja, dann sind die stark, ja. Also das ist eigentlich nur konsequent von der Natur, weil so funktioniert die ja. Das ist ja alles irgendwie mit Mathematik, ne? Aber das ist crazy, sich das anzugucken. Ja. Das schlimmste Video in der Hinsicht, ich will's, es ist auch nicht mega schlimm, es ist nichts grafisch Brutales, aber ich krieg's nicht mehr aus meinem Kopf, das ist aber nur so ein Pferd, was so Gras frisst, Gras frisst, und dann ist da auch so ein Küken. Und das Pferd, ohne mit der Wille zu zucken, wird dieses Küken einfach mitgemanscht und einfach gegessen. Und ich wusste bis dahin nicht mal, dass die überhaupt Fleisch essen. Also vielleicht erzähl ich jetzt Quatsch, aber es war, glaub ich, es war ein Pferd und nicht eine Kuh oder so. Es war ein Pferd. Und dann dachte ich, okay, krass. Eine Kuh ist ja auch ein Pflanzenfresser. Ja, ich weiß jetzt nicht, welches von den beiden Tieren vielleicht so was verdauen kann, aber ich glaub, es war ein Pferd doch. Weil das auch so, die haben ja diese langen Lippen und es war wirklich so einfach so auf und dann war's weg. Und irgendwie sowas tut mir so weh, weil das arme Vieh hat niemand was getan. Die Beiläufigkeit des Mordes und die Unnötigkeit des Mordes. Weil sicher hat das Pferd genug zu essen bekommen. Also es war jetzt kein Wildpferd. Will ich noch was Schlimmes erzählen, was ich auf dem Kanal gesehen hab? Das hat aber mit Hyänen zu tun. Und das ist ein richtiger Fucker. Ja, okay, ich weiß, was du drauf tun. Ich dachte, die essen nur Arzt. Aber ich weiß ... Die haben ein ... Was war's für ein Tier, ein Rehkitz oder so was? Oder eine Ziege ... Nee, eine Ziege war's nicht. Aber irgend so, ich glaub, ein Rehkitz oder so. Springbock wahrscheinlich. Irgend so was ist der Gattung. Und dann kamen die Hyänen und haben das ... Und das war schwanger. Und die haben das ... Das Kind aus dem schwangeren Bauch rausgerissen und gegessen. Und das hat noch gelebt. Also die Mutter, das hat noch gelebt. Die lag so da, während die Hyänen sozusagen das Kind ihr aus dem Leib gerissen haben und verspeist haben. Ist ja wahrscheinlich ... Ich mein, das Kind wäre eh gestorben. Insofern ist es wahrscheinlich besser, als wenn's da langsam ... Aber Hyänen sind einfach die widerlichsten Motherfucker. Ja, weil die haben im Gegensatz zu diesen Großkatzen nicht den Kehlbiss. Also weil Katzen, also auch Löwen oder so, die gehen ja erst mal in die Kehle ran und ersticken sozusagen, erdrosseln das Opfertier. Und wenn das dann erst tot ist, dann fangen die an zu fressen. Was human wirkt, ne? Aber die Hyänen, die fressen halt bei lebendigem Leib. Das ist denen scheißegal. Die haben auch keine Angst, dass das Zebra noch mal austritt oder so. Und das ist diesen so ne gierlatzigen ... Und die kommen auch immer mit im Rudel, ne? Da kommen immer mehrere. Ja, ja. Die kommen so ... Das sind die richtigen Asis, die so richtig einschubsen, wo der sagt, da kommt der große Bruder noch um die Ecke. Und dann kommt der noch und der noch. Und plötzlich ... Hyänen hätten so ein Smartphone dabei. Und einer würde die ganze Zeit filmen und dumme Sachen sagen. Ja, genau. Genau, dass der Typ ... Aber wahrscheinlich, weil die halt so sind, und das ist bei jenen schon im Mutterleib so, dass da die Konkurrenz schon anfängt, dass die sich da teilweise schon wegfressen im Mutterleib oder so, um die eigenen Überlebenschancen zu erhöhen. Und wahrscheinlich sind die so wenig diszipliniert, der Kehlebis würde nichts bringen. Weil derjenige, der den Kehlebis ausführt, würde ja als letztes fressen. Weil die warten ja nicht, bis das Tier erstickt ist. Das heißt, stell dir vor, du bist der mit dem Kehlebis. Und dann machst du ... Ja, warte mal, lass mich doch erst mal den Kehlebis machen. Und alle anderen fressen schon. Damit das ganze Kind schon weggenascht. Wie wir Lutschucker zusammenspielen. So, exakt. Und dann fängst du auch an zu fressen. So hat sich das vermutlich bei denen ... So ist das auch, wenn wir zusammen essen gehen hier in die ... Alter, aber das ist mit euch auch wirklich ... Krass, ey. Ja, also ... Ich sag keine Namen, aber ... Ich finde das schlecht, dass du das so von dir weißt. Oder dass du dich da so exkludierst. Wir machen die Bullerei übrigens. Ja, ja, aber doch. Da exkludiere ich mich auf jeden Fall. Wir bestellen doch extra ... Ja. ... genug, damit kein ... Damit ... Ja, aber das triggert doch so ein leckeres Buffet. Das triggert doch jede Fresse. Ja, aber du bist jetzt auch nicht dafür bekannt, nicht darauf zu achten, dass du zu kurz ... Ja, aber weil ich darauf achte, hab ich ja die Erkenntnis. Also keiner von uns macht den Kehlbiss, weil wir alle wissen, da bleibt nichts mehr übrig. Da wird in der Küche ... Ja, aber ... Da gibt's einen Kehlbeißer in jeder Küche. Was machen Sie vom Beruf? Ich bin ein Kehlbeißer. Ah, okay, das ... Ah, ich bin frisch erlegt. Stell euch mal vor, der Mensch würde ... Das wäre die gängige Form der Schlachtung, dass ... Das ist jemand zu Tode schütteln. Nicht kein Bolzen, Schussgerät oder so, sondern einfach ... Da gibt's einen Kehlbeißer. Das ist der Job. Und der hat auch so richtig ... Ah, Mann, erst mal kurz ... Ah, so eine Muskeln hat der hier. Genau, Gesichtsschmied. Gab's doch bei He-Man, wie hieß der noch? Jaw irgendwas. Trapjaw? Hieß der Trapjaw? Der hatte doch so ein grünes ... Gebiss, irgendwie so ein Metallgebiss oder so. Und bei One Piece gibt's doch auch so einen. Das finde ich jetzt fertig übrigens, so schön. Ich hab nur die erste Folge wahrscheinlich geguckt. Mit der Netflix-Serie. Die Staffel ist so geil. Ja, guck das unbedingt. Ich hab nur die erste. Nicht spoilern, bitte. Okay, ja, aber ... Ich mein, du kennst den schon. Den Kram kennst du. Den Kram kennst du. Ja, ja, schon klar. Aber das sind ja, glaub ich, irgendwie die erste ... Also eine Folge covert ja so mehrere Folgen. Ja, aber ich weiß ja, was ihr gelesen habt. Und das kennst du alle schon. Aber trotzdem, du hast ja vieles vergessen. Was war's? Ich schau ja grad die Zeichentricks-Serie mit meinem Sohn. Ach, das auch noch. Und das ist echt ganz interessant zu sehen, weil wir haben auch die erste Folge geguckt. Aber fand ich ... Wenn er Abi macht, seid ihr wahrscheinlich dann fertig damit. Ja, aber die Zeichentricks-Serie ist so geil auch. Ja, ja. Die ist wirklich ... Also Comics sind geil, also die Mangas sind geil, Real-Life-Serie ist geil. Einfach, ja. Es ist ja auch, guck mal, wie lange wir das schon kennen, ne? Hab ich damals in meinem Dings erzählt, in meinem Stream, dass so, wir wollten es ja früher Grand Line Productions nennen. Also, wir kennen das schon so lange, dass es völlig irre ist, dass die so lange schon läuft. Und dass das jetzt diese Serie gibt. Und ... Naja, wie gesagt, dass wir den Shit noch original als Manga-OGs gelesen haben. Ich glaube, das erwartet kaum jemand von uns, dass wir irgendwie die Mangas gelesen haben. Ihr habt mir ja mal ... Das ist einfach super cool dadurch. Ihr habt mir mal die ganzen Mangas geliehen, die Bänder. Die waren alle von Budi am Ende. Ja, ein paar waren von mir, zwei, drei ... Also, okay, ich hatte auf jeden Fall so, weiß ich nicht, 20, 30 Bänder zu Hause, oder Bände. Ich glaube, bis 43 hatten wir, glaube ich. Und dann war ich ... Ich hatte damals eine Freundin, und die ist nach Amerika gegangen. Und dann hab ich die in Amerika besucht, drei Wochen lang. Und damals gab's noch nicht Handy in der Form, wie es das heute gibt. Und Entertainment, Internet überall. Und ich hab ... Das muss man sich mal vorstellen. Ich bin da hingereist und hatte einen Koffer voll gemacht mit One-Piece-Bändern. Ich bin da wirklich hingereist und hatte, glaube ich, 20 One-Piece-Mangas in meinem Koffer und vielleicht zwei Hosen. Weil ich halt ... Sie musste da arbeiten. Okay, okay. Und ich saß dann die meiste Zeit halt rum und kein Internet und keine Ahnung. Und dann wollte ich unbedingt ... Ich war so süchtig nach One-Piece, dass ich halt unbedingt One-Piece im Urlaub lesen wollte. Und wenn ich mir das heute vorstelle, dass ich mit 20 Taschenbüchern irgendwo hinreise, ist das völlig absurd. Aber damals wollte ich das halt unbedingt lesen. Und es gab keine andere Möglichkeit. Ja, die haben durch 5 Euro pro Stück gekostet, ne? Kommt hin, glaub ich. Ja, pro Ausgabe 5 Euro. Die kamen halt so mega lame raus. Ich glaub, die sind viel teurer jetzt. War mega ... Damals haben die 5, mein ich, gekostet pro Band. Und das ist schon ... Wenn du dann 100 Bände hast, hast du schon viel Geld für ausgegeben. Aber das Geile an One-Piece ist ja auch, dass es ein Universum jetzt ist. Aber ich weiß, das war bei meinem Sohn halt so ein Manga-Fans. Wir waren auch hier in Hamburg, gibt's so einen Manga-Laden. Der ist da, wo du früher gewohnt hast. Gegenüber von Karstadt. Ist nur so ein Manga-Laden. Da arbeiten auch nur Manga. Ein alter Typ arbeitet da, ein älterer Herr. Und der hat aber nur so junge Manga-Girls eingeladen, die auch ehrlich gesagt alle aussehen, als ob sie aus dem Manga kommen. Die arbeiten und wieseln da um den rum. Egal, es ist ein bisschen ... Und da waren wir. Und da ist mir auch noch mal aufgefallen, wie fucking viel es gibt. Also, es gibt ja unter Tausende erst mal Genre von, weiß ich nicht, Liebe und Schulmädchen und Hentai und weiß ich nicht was. Aber es gibt so krass viele Serien. Und ich rede jetzt nicht nur von Dragon Ball und Naruto, was so die bekanntesten sind, sondern auch so My Hero Academia und weiß ich so Sachen, von denen man vielleicht noch nicht so viel gehört hat. Und die haben alle so hunderte von Bändern und sind epische Stories und Charaktere und so. Und ich denk immer so, ey, wenn man da Bock drauf hat, wenn man in diesem Manga-Game ist, da kannst du dich richtig drin verlieren. Weil da gibt's so viel geilen Scheiß, den man ... Also, allein wenn du dich nur für, weiß ich, High Fantasy oder für Macs oder ... Also Mac, also Roboter oder so. Es gibt für jeden Scheiß, gibt's Tausende von Sachen, in die du dich reinverlieren kannst. Ich würd mich gern mal in so ein Tablet oder so und dann von jemandem, der Ahnung hat und meine Vorlieben kennt, so vollgeladen mit geilen Sachen. Das würd ich gern mal haben, ja. Aber ja, es ist halt für mich, wär's zu unübersichtlich alles. Weil mir wurde jetzt schon alles empfohlen irgendwie und du liest dann ja 100 Bücher oder so tatsächlich. Ich weiß nicht, ich freu mich drauf. Nächstes Jahr werd ich mal nach Japan wieder fahren. Und da bin ich echt gespannt, vor allem auf das ganze Essen, ey. Aber auch, wie sich das so verändert hat und ob's immer noch ein Laden nach dem anderen ist, wo nur irgendwelche Mangas rum ... Du warst ja da, wahrscheinlich ist es noch so, ne. Bin gespannt, wie das ist. Gibt es eigentlich ne Manga-Bücherei? Also so wie früher? Also, da hatte man ja die Bücherei als primäre Informationsquelle. Und dann gibt's da ja super so Chill-Zones, wo man dann einfach lesen kann und so. Wie wär's mit einer Manga-Bücherei, wo du diese ganzen Mangas quasi, also nicht zum Ausleihen, sondern nur zum Dalesen. Und dann hast du da so Chill-Ecken, wo's richtig gemütlich ist. Das gibt's für eine Idee. Und dann kann man, bezahlst du im Monat 10 Euro als Mitgliedschaft und kannst da jederzeit hin und die Mangas weglesen. Also in Frankfurt, den Hugendubel, ich weiß nicht, ist das ne Kette? Ja, gibt's ja auch, ja. Okay, und da, ich weiß, das war damals ganz neu und das war ein Riesen-Bücher-Kaufhaus im Prinzip auf drei oder vier Etagen, nur Bücher. Und die hatten, und das Besondere da war, am Frankfurter Hugendubel war, dass die innerhalb dieser Bücher, des Bücherladens oder Bücher-Kaufhaus hatten die so gepolsterte Sitzecken. Auf jeder Etage mehrere so Chill-Areas. und es war absolut erlaubt, sich Bücher zu nehmen und da hinzusetzen und zu schmökern. Also die wollten das. Ich hab das, das weiß nicht, also die wollten wahrscheinlich anregen zum Lesen und so und keine Ahnung, die haben sich eh gedacht, okay, hier wird keiner sich hinsetzen und jeden Tag ein Buch lesen. Also ein Buch jedes Mal. Und wenn, hat er das verdient. Und wenn, ja. Also die, es ist wichtiger, die Leute reinzukriegen in den Laden. Und da gab's halt ne ganze Abteilung auch mit Mangas und da konntest du dich auch einfach hinsetzen und die theoretisch schon so lesen. Und ich find das Konzept auch geil. So ein Bücher-Club klingt schon wieder so ein bisschen exklusiver und abgesperrter, aber so ein offenes Bücherhaus, wo du sagst, ey, ich bin in der Stadt, ich hab ne halbe Stunde Zeit, ich chill mich da jetzt hin und lese was irgendwie. Ja, aber ich mein auch so, wenn du, also erst mal sehr thematisch, so auf Comics und Mangas, was ja Comics sind, aber dann wirklich nicht mit dem Ziel, sich was auszuleihen, sondern wirklich, dass du dann diese, weil du kannst ja auch so geil weglesen, ne, so diese Bänder. Weil ich dachte grad so, wenn man sich die alle kauft, das ist, du bezahlst dich ja dumm und durselig. Ja. Grad wenn du mehr als ein Universum liest, das ist ja einfach teuer auch. Und es nimmt unfassbar Platz weg. Ja, es ist ein Platz weg, genau. Das kommt auch noch dazu. Also die Dinger stehen rum und du liest die ja auch in der Regel nur ein, also, weiß ich nicht, aber. Ja, es ist wie alles, was man physisch kauft, ne, meistens einmal und dann steht's nur rum und frisst Staub. Habt ihr Interesse an der DVD-Sammlung? Ja, das tut mir wirklich leid für dich, sodass du diese ganzen DVDs immer so gesammelt hast und die sind jetzt, das ... Aber es war schon so ein bisschen, das ist schon so Self-Aware-Wolves-Material, weil ich mein, es war doch klar, dass das irgendwann nur rumsteht. Das sag ich euch doch, seitdem ich angefangen hab, meinen Scheiß nicht zu machen. Aber es war nicht klar, zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen hab zu sammeln, es war nicht klar, dass du jeden Film instant gucken kannst. Weil es ging, es hat ja auch so was Kuratives. Genauso wie Leute, die eine Plattensammlung haben und dann kommt Spotify. Natürlich kannst du sagen, ja, das ist noch mal was Schönes, so ein Vinyl aufzulegen und so. Das hat ja auch noch mal so ein leicht kulturelles, weiß ich nicht, Vibe-Gefühl. Aber so generell brauchst du's nicht mehr. Kein Mensch braucht eine Plattensammlung und kein Mensch braucht im Prinzip eine DVD-Sammlung. Ja, aber du kannst schon nicht jeden Film immer dann gucken, wenn du willst. Das hat schon noch wie eine Plattensammlung auch noch einen Nutzen, find ich, nur es ist nicht mehr so ... Der Sammeltrieb ist weg, weil man irgendwie den Wert nicht mehr sieht. Ich glaub, in den letzten ... Lass mich nicht lügen, ich würd sagen, mindestens fünf Jahren keine einzige DVD aus meiner Sammlung abgespielt. Selbst wenn's Filme waren, die ich hab und gucken wollte, dann hab ich sie halt gestreamt. Ja, ist halt einfacher auch. Ja, natürlich. Soll ich in den Keller gehen und eine Blu-ray in die Playstation stecken? Du hast die aber noch im Keller, ja, dann ist sie vorbei. Wenn du im Keller ist, ist es weg. Und dann weißt du jetzt, wenn ich Wolf of Wall Street gucken will, dann geh ich auf Netflix oder Amazon Prime. Und die Blu-ray, die da schön damals gekauft wurde, die steht da und verkümmert. Und es gibt keinen Grund dafür, dass ich ... Ja, vor allem, es gibt ja auch sicherlich DVDs, die hast du gekauft und nie geschaut, weil du einfach nur deine Sammlung komplettieren wolltest. Auf jeden Fall. Das ist natürlich dann echt ... Das ist wirklich ein bisschen schade, dass da die Technik ... Plus, die ist auch nichts mehr wert. Das kommt auch noch dazu. Es gibt ja dann so Sachen, wo du sagen kannst, okay, wenigstens hast du da jetzt eine Sammlung, die ist x-tausend Euro oder so wert. Spiele werden ja meistens teurer irgendwann. Ja, zum Beispiel. Aber du siehst ja hier bei uns in der Firma, ist ja fast ... Einmal die Woche bringt irgendeiner einen Karton mit DVDs, die hier in der freien Verfügung steht, bedient euch. Und keiner bedient sich. Ja, hier ist wirklich ein Turm, der steht schon eine Weile. Mittlerweile liegen da sogar Blumen, Blu-Rays und werden verschenkt, verschweißte Blu-Rays und keiner nimmt die, weil ... Why? Ich hab auch nur noch ein paar ... Also, ich hab ein paar DVDs und auch ein paar Blu-Rays, aber nur, weil diese Filme da hinter mir irgendwie was bedeuten, weil ich die einfach so stehen hab. Das sind so fünf Snacks, die ich irgendwie nicht wegwerfen wollte, weil ich dachte, die paar Mark, Euro, die ich dafür kriege, dafür hab ich die wenigstens lieber hier stehen. Aber das ist es auch. Und ich glaub, da geht's hin. Jeder hat so ein paar wichtige Sachen vielleicht noch stehen. Habt ihr immer Sachen gesammelt? Ja, früher, ja. Ich hab früher zum Beispiel Briefmarken gesammelt. Ach so, das ist der größte Klischee. Es ist vor allen Dingen so ein Oper-Klischee. Für einen coolen, jungen Frankfurter ist das ja eigentlich nix. Da war ich ja noch echt klein. Bei mir waren es Dosen, exotische Dosen. Aus Japan und so hab ich dann immer welche gekauft. Und bei den Flügen gab's ja immer die kleinen Dosen. Da war ich immer ... Aber was für Dosen? Ach so, Cola-Dosen und so. Getränkedosen, Entschuldigung. Ja, die kleinen, klar. Das war eine Zeit lang mein Hobby. Ich hatte wirklich eine Wand voll. Geil. Und dann denkst du dir auch, was mach ich hier eigentlich? Ich hab nie irgendwas gesammelt, bis auf ... Das hab ich auch irgendwann, glaub ich, die haben die Frage irgendwann schon mal diskutiert. Das Einzige, was ich mal gesammelt hab, aber auch eher ... Es ist eher ein Aufheben, als ein Sammeln. Als es anfing damals mit Giga und so weiter, dass ich dann immer auf Messen war und so weiter. Ach, diese Bändchen und Bändchen. Genau, da fand ich's irgendwie ganz spannend. So, okay, ich bin jetzt hier und dann kriegst du so ein Batch mit deinem Namen drauf und dann sind die so eingeschweißt und dann kriegst du halt diese Schlüsselband drum und so. Und dann hab ich auch gedacht, okay, ich heb das auf, weil's noch irgendwie cool war, weil's in Erinnerung ist oder so. Und dann hab ich, okay, ich schmeiß die nicht weg. Und dann hab ich, okay ... Und das ist immer irgendwie mehr geworden. Und das ist jetzt aber auch so eine ... Ich hab da seit Jahren nicht reingeguckt, aber wenn ich dieses Ding mal irgendwann wieder sehe und man sieht auch, wie viel das ist, ne? Auf wie vielen Messen man war und wo man so ... Und das ist das Einzige, was ich jetzt ... Es ist kein Sammeln, es ist eher ein Aufheben. Aber ansonsten bin ich zum Glück von so Sammellust befreit, weil ich finde, das ist ein sehr selbstgeißelndes Hobby. Weil du zum einen ... Also, du sammelst irgendwelche Gegenstände und ... Erst mal musst du schon mal fragen, okay, welchen praktischen Nutzen hat das? Wenn das jetzt in deinem Fall so wäre, dass die Technik stehen geblieben ist und du hast diese DVD-Sammlung, ist ja absolut ein praktischer Nutzen, dann ja. In dem Fall, okay, aber selbst da ist die Zeit dir dann in die Quere gekommen. Aber bei ganz vielen anderen Hobbys ist es eher so, man fängt damit an und dann ist es so, okay, jetzt kann ich auch nicht mehr aufhören, weil jetzt hab ich schon so einen Grundstock, und dann wird das vielleicht zu so einer Art, ja, zu so einem ungewollten Getriebenwerden, da jetzt einfach weitermachen zu müssen und dann kann man sich davon nicht trennen, weil man denkt, jetzt bin ich so weit gekommen und so. Ich will mich nicht untertan machen von so was. Ja, deswegen bin ich voll froh, dass ich keine Sammellust hab. Alles, was du besitzt, besitzt irgendwann dich. Es ist so, klingt wie so ein dummer Spruch, aber da ist was dran, weil du machst dir dann plötzlich Sorgen um den Besitz, du musst dich darum kümmern, es kostet Geld, wenn's ein Haus ist und so. Ja, okay, natürlich hat das auch negative Aspekte, aber ich finde, es gibt auch positive Aspekte. Also grad als Kind Sachen zu sammeln, als ich Briefmarken gesammelt hab, auch wie liebevoll mit Pinzette hab ich die dann da einsortiert, mit der Lupe mir angeguckt, dann hatte ich so ein Buch, wo ich dann gucken konnte, ob die was wert sind oder nicht. Und dann hat man getauscht mit anderen oder so. Also da gibt's ja auch Elemente, die schön sind. Es kann natürlich auch krankhaft oder triebhaft werden, wenn du irgendwie ... Und die Frage ist berechtigt, wie kommt man aus einer Sammlung eigentlich raus, wenn man erst mal angefangen hat? Weil das ist so dieser klassische, wie wenn du auf dem Bus warst und dann gehst du los und bist schon zu weit gegangen, um zurückzugehen. Es fängt ja ... Es fängt als Sammlung an und dann ist es irgendwann Horden. Wenn du alles sammelst, für mich egal was, dann ist es irgendwann Horden, find ich. Ich kannte mal jemanden, der hatte in der Schublade, die komplette Schublade war voll mit abgerubbelten Rubbellosen. Oh Gott. Es waren so viele. Das ist Müll. Ja, aber es war auch so. Es fängt an mit, na okay, das behalte ich mal. Ah, jetzt hab ich schon 100 davon. Na gut. Und dann am Ende denkst du, was hab ich getan? Warum hab ich das? Und als ich das gesehen hab, dachte ich nur, wow. Ich erzähl ja auch gerne eine andere Geschichte von jemand anderem, den wir auch alle kennen, der halt Sockenfussel gesammelt hat. Oh mein Gott, ja. Und ich mein, es gibt die Faszination, und das bist nicht etwas ansammelt. Nee, es war halt so ... Du denkst doch, das ist aber lustig, da bleibt immer was hängen. Und dann tust du es in eine Schachtel und nach und nach. Und dann denkst du, fuck, die Schatulle ist voll. Und dann zeigst du es jemandem wie mir. Und dann lässt das dich 30 Jahre nicht los, weil der Typ wie ich, das einfach jedem erzählt. Aber ich sag dir nachher, wer es ist. Aber das Ding ist, weil wir grad drüber gesprochen haben, man kann nicht aufhören. Ich hab zum Beispiel Batman Begins. Ja. The Dark Knight und wie heißt der dritte? Dark Knight Has Risen. Nee, Dark Knight Rises. Rise of ... Ja, oder irgendwie. Rises, ja. Und den dritten mag ich überhaupt nicht. Aber wenn du die ersten beiden hast auf Blu-ray, dann kommt der dritte raus auf Blu-ray. Und dann hab ich den natürlich auch gekauft, einfach nur, weil ich halt die Trilogie komplett haben wollte. Das hat mich getriggert einfach nur, dass ich nur den ersten bei da habe. Also hab ich den dritten auch, den ich gar nicht brauch. Und den ich auch keine ... Ja, typisches Sammler-Ding. Genau. Und da kommt noch eine Kollektion raus. Ja, shit, jetzt hab ich die erste Kollektion. Jetzt muss ich die zweite auch kaufen. Ja, genau. Funko-Pops. Jedes Mal will ich dem Rockstar, dem alten Plastik-Schrott-Verkäufer folge. Der übrigens jetzt weniger Comedy-Programm macht. Da freu ich mich drüber. Aber der stellt ja immer vor. Und nichts gegen ihn und auch nichts gegen die Funko-Pops und so. Aber da hab ich dir mal den Kopf. Weil die waren schon kleine, reduzierte, minimalistische Scheiß-Versionen von irgendwas. Und jetzt gibt's davon noch mal eine kleinere, noch minimalistischere Version. Wo endet es? Mikro-Pops, irgendwie dann so Dinger, die du dir auf den Fingernagel machst. Oder Pillen, Mikro-Pops-Pillen. Ich kann sie schlucken und dann sind sie in mir, weil sie so klein sind. Und dann sammle ich die in meiner Nebenniere, weil ich keine Verwendung dafür ... Das ist doch Wahnsinn. So schließt sich der Kreis. Ja. Eine Sache würde ich gerne noch sagen, deine Bändchen. Das ist ja so wie ein General, so viele Orden hat, hast du halt diese Bändchen. Und ich würd dich gerne mal sehen. In so einem General-Anzug. Mit Mr. Tee. Ja, mit diesen ganzen Orden. Ja, Mr. Tee, nur mit den ganzen Dingern. Ja, ich hab die leider nicht mehr. Ich hab die nach Hamburg gezogen. Ich hatte die auch lange aufgehoben. Irgendwann hab ich sie weggeschmissen. Aber das wär saulustig, wenn man so alle zusammen auf die Messe geht, auf die nächste Games kommt. Und wir haben alle einfach so ... Weiß ich nicht, 150 Badges. Oh, können wir das mal gesammeln? Und dann einer von uns kriegt bis hier oben die Gartung Badges. Weißt du, was geil wäre? Badgeman. Badgeman, ja, sehr gut. Badgeman. Aber das müsste dann auch so gesellschaftlich akzeptiert sein. Dass du dann, wie ein Silberrücken oder so, im Rang direkt ... Genau. Also alle machen. Wer am meisten hat. Und dann so, wow, guck mal da. Und so, wow. Und dann kriegst du vielleicht auch so eine Fastlane irgendwie. Du darfst das vorne anstellen. Oh, das Badman. Keiner stellt das in Fragen. Aber machen das nicht Leute, die auf Festivals gehen, die ihre Festival-Bändchen so sammeln, so Wolle-Petrisen halt. Ach, sicher gibt's das, ja. Die dann so hier zeigen, hier war ich Wacken 2001, hier war ich Rock am Ring 2006. Sind alles so krustig. Und das sind dann einfach 20 Jahre alte Bändchen am Arm. Ja. Um zu zeigen, was man alles erleben hat. Hatte nicht Wolle-Petris da am Ende so einen Reißverschluss dran? War das nicht wirklich nur so wie ein Armreiß, den er so reißig? Okay, das wäre lustig. So hätte ich's gemacht. Das wäre eine super Idee und auch sehr lustig. Ja. Wenn er dann am Ende von ... Ja, die bleiben immer dran und so. Und dann nach jeder Show ... Das wäre so ein kleiner, so ein Family Guy-Moment, so der im Hintergrund passiert, dem man nicht so ... Family Guy-Joke auf jeden Fall. Wolle-Petri mit seinen ... Die Armbänder sind gar nicht aufmachbar. Okay, Leute, das war's. Das war eine sehr schöne Folge. Wir haben sehr viele Themen wieder mal abgedeckt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann kommt doch einfach bei uns in den Supporters-Club und supportet Rocket Beans. Dieses Format, andere Formate und die vielen netten Menschen, die hier an diesen Formaten arbeiten. Ein bisschen Cash für eine gute Sash, wie mal kluge Leute gesagt haben. Nicht verkehrt. Wie Leute gesagt haben, sagen wir's so. Okay. Bis zur nächsten Woche. Ja. Dann wieder mit deinem Bulli-Mann. Ist das nicht ... Ist nächste Woche ... Können wir es schon ankündigen? Ist nächste Woche die mit der Urologin? Kündige es trotzdem an. Ja, es ist, glaube ich, nächste Woche haben wir hier zu Gast ... Leider jetzt den Namen nicht da, aber eine Urologin, die uns und euch alle Fragen beantwortet, die ihr schon immer wissen wolltet, inklusive Live-Screening. Da freu ich mich am meisten. Ist Kuro eigentlich auch da? Dann wärst du ja eine Kurologin. Okay. Tschüss.